Der Guild News Podcast wird präsentiert von instantgaming.com Instant Kauf, Instant Lieferung, einfach Instant Gaming. Hallo und herzlich willkommen zum Guild News Podcast 454. Heute mit Durzern, Access for Sky und mit mir oder mit lauter Pokis. Haben die eigentlich alle einzelnen Namen, jeder einzelne von den Pokis? Das ist eine gute Frage, nein, eigentlich nicht. Ich hatte es ja mit jemandem, ich glaube, vorgestanden, darüber, dass Namen zu finden für Charaktere, die ich mache, ziemlich schwierig ist. Und Poki ist das beste Beispiel dafür. Ich habe einfach Pocket Raptor, heißt es ja auf Englisch. Also habe ich Pocket genommen und habe Poki draus gemacht. Und morgen hinten drangehängt. Ich habe einfach verkürzt und ein I drangehängt. Und habe gedacht, okay, das heißt Poki, passt ja. Weil Deutsch und Englisch ist ja so eine Sache. Und jeder Amerikaner oder Englisch sprechender nennt Poki nicht Poki, sondern Poki. Weil Pocket. Ja. 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 Ich hätte einfach P-O-K-I nehmen sollen. Aber ich glaube, dann hätte ich, glaube ich, irgendeinen Produzenten von Daedalic. Da ist Poki. Da gibt es einen oder gab es mal einen zur Abkürzung? Ich bin, ehrlich gesagt, in dem ganzen Daedalic-Universum komplett lost, ehrlich gesagt. Also, da kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ja, es war ein Dev, also, soweit ich weiß. Aber ich könnte auch falsch liegen. Ich glaube aber nicht, dass es King-Art war. Ja. Ich habe es nach Jahren immer noch nicht geschafft, ein einziges Daedalic-Game zu spielen. So glaube ich eigentlich. Aber dafür jede Menge von diesen Telltale-Games zum Beispiel. Eine Menge. Ja, ich habe ein paar auf jeden Fall da, die ... Oh Gott, ja, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Okay, egal. Ist okay, die haben wir geildwares. Ja, okay. Da bricht aus oder sowas. Ja, das habe ich auch, aber nie durchgeschafft, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ja. Gut, okay, Guild Wars 2-Podcast. Ja, herzlich willkommen an alle, die heute auch live zuschauen. Oder haben sich eigentlich im Chat schon gemeldet, die sich freuen, dass wir wirklich mal frisch dabei sind. Freut mich. Und irgendwie ist es schwierig, richtig einen Gedanken zu finden. Weil ich bin es normalerweise gewohnt, dass es draußen über 30 Grad sind und ich irgendwie so überlebe. Und heute war zum ersten Mal 22 Grad. Und Regen. Gut, jetzt nicht mehr, aber heute Morgen. Ja. Möchtest du es vorstellen? Ja, ich habe es ja miterlebt. Also brauche ich mir gar nicht vorzustellen, tatsächlich. Ich hatte auch ein bisschen Regen da. Ja, der Süden und der Westen von Deutschland hat endlich mal ein bisschen Abkühlung nach drei Monaten. Und ich glaube, ich musste zum ersten Mal in meinem ganzen Leben früh morgens im Büro bei mir ein Licht anmachen. Ich glaube, das hatte ich vorher noch nie gemacht. Noch nie. Dann fängst du immer an von der Uhrzeit. Fangen so um sieben Uhr fange ich immer an. Ja, der müsste auch dunkel sein morgens. Ja, aber ich glaube, das liegt auch daran. Ja, auch im Winter tatsächlich. Aber ich glaube, das liegt auch daran. Wir haben so eine Notbeleuchtung an der Decke. So kleine LEDs. Und holy shit, die leuchten richtig hell. So, und irgendwann haben die daran rumgefummelt. Und dann war das Licht dauerhaft an. Oh. Und gestern, und gestern hat anscheinend irgendjemand wieder an dem ganzen Ding rumgefummelt. Dann ging es mal an, mal aus, mal an, mal aus. Und jetzt ist es einfach aus. Ich weiß nicht, ob das Ding noch funktioniert. Aber es ist komplett dunkel. Und das Ding ist wirklich mies. Wenn du da reinguckst, du siehst erstmal eine Stunde nichts mehr. Und das Ding war halt dauerhaft an Tag und Nacht, Tag und Nacht. Und ich habe dann keine andere Lampe mehr gebraucht, das Ganze ja. Und plötzlich kommt frühmorgens rein, es regnet. Und durch die ganze Woche noch mal dunkler wird und so weiter. Und ich musste Licht anmachen. Ich glaube, ich werde mir den Tag wirklich im Kalender ein. Das war für mich wirklich der dramatischste Moment dieser Woche. Ich bräuchte jetzt irgendein Twitch-Emote mit einer Lampe, aber ich finde gerade keins. Ich könnte ja hier das nennen, Praise the Sun. Ja. Das klingt auch gut. Praise the LED. Okay, okay. Passt auch gut. Okay. Gut, ja, Guild Wars 2, richtig. Es gab tatsächlich ein bisschen News diese Woche. Wir haben noch ein Interview nachzuholen von Bobbi Stein und Aaron Kobberle. Von letzter Woche. Das gibt nicht so natürlich viele Infos. Es gibt nur so, sag ich mal, so ein kleiner Vorgeschmack vielleicht auf die nächste Episode, die kommt. Also die von Staffel 6 oder nicht Staffel 6, was auch immer. Auf jeden Fall in Kanta wird das Ganze ja spielen. Darüber können wir dann reden. Ähm, es gibt was im Edelstein-Shop. Yay. Äh, yay. Ich sollte das ja besser verkaufen, sonst kriege ich Ärger von Eora. Und von Miri, das wollen wir nicht. Äh, ansonsten gibt es tatsächlich mehr Bilder zum Köln-Event. Was viel interessanter für uns natürlich ist, ist vom Settle-Event. Marinette hat ja jetzt auf der Flieger-Seite bei denen, ähm, Bilder hochgeladen. Die können wir uns mal anschauen. Vielleicht entdecken wir den einen oder anderen Prominenten aus der englischen Guild Wars 2-Community. Vielleicht sogar ein Dev. Vielleicht sieht man Ruby sogar. Ich glaub, die waren nämlich auch auf dem Event. Und ansonsten, ähm, gibt's auf jeden Fall jetzt schon mal, ähm, ein paar kleine Hinweise zur Episode 4, Turm der Albträume. Und jetzt darfst du sagen, was ich da falsch gemacht hab. Ne, jetzt, jetzt wird man ja diesen Fehler nicht mehr feststellen können. Ah. Weil es, was den Fehler gar nicht gab. Ja, ja, stimmt. Das ist richtig. Aber auf dem Abud bei mir ist es noch so, ich glaub, ich hab die Seite noch nicht aktualisiert. Da ist Albträume immer noch mit P geschrieben. Kann sein, aber das ist überall. Aber es ist ja auch ein Turm. Also, äh. In der URL könnte es auch noch mit harten P, ähm, im Paula geschrieben sein. Jaja, in der URL ist es auch noch mit harten P geschrieben. Aber das jetzt zu ändern hätte, wäre furchtbar, weil wenn jeder, der dann irgendwo versucht, ähm, den Link schon mal gepostet bekommen hat, würde dann einfach auf eine leere Seite. Obwohl, ich hab das Gefühl ... Ich hab das Gefühl, dass ich Albträume immer mit P schreibe irgendwie. Du hast mir ein Flow ins Ohr gesetzt. Ja, ich hab das irgendwann ... Also, ich hab diesen Fehler, geb ich ja ganz ehrlich zu, ne? Hab ich auch lange, lange falsch gemacht. Und hab's immer mit dem Paula geschrieben, schon mit dem Bertha. Und ... Irgendwann hab ich einfach gemerkt, erstens, ich hab einen Fehler gemacht und hab's mir dann einfach hart in den Kopf reingeschmissen. Hart in den Kopf eingemeistert, das wird mit einem weichen B geschrieben, nicht mit einem harten P. Und, äh, es ist ja so, als Franke hast du ja eben ein bisschen Probleme mit T und D und Bertha und Paula. Das klingt bei uns immer gleich. Ja, ich hab mit dem SCH ja Probleme. Hm? Ich hab ja mit dem SCH Probleme. Mit dem SCH. Ja, ja. Deswegen vermeide ich Charaktere mit solchen Buchstaben. Gott sei Dank. Deswegen sag ich auch Kasmir und nicht Kaschmir. Ja, Kaschmir sagen sie ja im Deutschen. Ja, ist richtig. Kasmir im Englischen. Kasmir. Naja, schauen wir mal in die Kommentare rein. Damit wir mal vorankommen hier. Äh, und zwar hat er dann Dirtor wieder mal, ähm, wunderschöne, haben wir die eigentlich eingefickt? Ah, die haben wir nicht eingefickt. Oh mein Gott. Äh, Timestamps hinterlassen in den Kommentaren. Vielen Dank. Und hat dazu geschrieben, oder besser gesagt, ich fasse mal den Kommentar zusammen. Äh, er hat nämlich erst geschrieben, hey, ich hab 35 Truhen aufgemacht und noch nicht diesen coolen Jalebot rausgezogen. Und später hat er nochmal editiert und geschrieben, hey, ich hab jetzt nochmal 5 Truhen aufgemacht und hab den Jalebot bekommen. Er hat also insgesamt 40 Truhen aufgemacht und, 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 und hat dann erst den Jalebot bekommen. GZ, damit bist du erfolgreicher als ich bei der vorletzten Öffnung, wo ich, glaube ich, insgesamt 3 Slots hatte und keine Ahnung, wie viele tausend Truhen, also fünften Not, nur dreimal hatte und keine Ahnung, wie viele oft Truhen aufgemacht hat. Und ich, ja, red mir nicht auf. Ähm, so, was hatten wir noch? Äh, The Maniac hat geschrieben, schön, dass ihr wieder da seid, hatte letzte Woche meinen Podcast auf dem Weg zur Arbeit vermisst. Hoffe, alle Beteiligten hatten eine schöne freie Woche, also ich muss sagen, dass der Steam-Release inklusive der Twitch-Dops sehr gut war für uns als Community, aber auch was Zuwachs neuer Spiele angeht. Habe mir hauptsächlich meine Drops bei Takeo und Arthur geholt, da ich beide sehr gerne schaue. Also, tatsächlich, ich habe, glaube ich, Takeo schon ewig lange nicht mehr auf Twitch gesehen und hatte dann auch was geschrieben. Ha, Takeo streamt ja mal wieder. Hat mich auch tatsächlich gefreut, ist mir auch aufgefallen. Ähm, so, dann schreiben wir noch weiter. Bin aber mal gespannt, was die Zukunft nun bringt. Und Living World 1 soll ja noch fertig, äh, rauskommen dieses Jahr und laut ArenaNet ja auch eine neue Geschichte an einem neuen Ort, die ihr in Kanta erleben könnt. Hat Ende. Spoiler! Ob das nun Living World 6 wird, oder sie vielleicht sogar etwas Neues releasen, außer bei der Living World, wird man dann sehen. Bin auf jeden Fall gespannt, was wir bis Ende des Jahres noch alles so bekommen. Boah, werden wir wahrscheinlich auch noch später drüber reden. Äh, tatsächlich über Living World 6. Hat Sky gesagt, darüber müssen wir heute reden, also werden wir heute wohl darüber reden. Wenn du nicht möchtest, ist das kein Problem. Wir können auch nach einer halben Stunde aufhören. Nein, wir werden schon darüber reden, keine Sorge. Und eine halbe Stunde haben wir eh schon bald erreicht. Also in daher, ähm, gehen wir mal weiter. Dann hat Steps geschrieben, äh, auf YouTube. Hab vorgestern nach Jahren mal wieder GW2 gestartet, weil es super komfortabel über Steam mit Proton läuft. Erstmal gilt mir das Podcast anzuhören. Ja, vielen Dank. Für die Leute, die es nicht kennen, ähm, Proton ist ein Betriebssystem, wenn ich das gerade noch alles richtig im Kopf habe, was im Grunde ein, ähm, ein, ähm, ein Linux ist. Warte mal, jetzt muss ich nochmal kurz, äh, nachchecken. Nicht, damit ich irgendein Blödsinn erzähle. Die, nee, warte mal, das war die Software. Okay. Das ist eine Software, mit der man dann eben, äh, Steam-Spiele auf Linux-System, äh, abspielen kann. Wie zum Beispiel die, der Steam-Deck, das ist nämlich eigentlich auch nichts anderes als ein Linux, was da draufläuft. Ähm, ziemlich coole Geschichte und es funktioniert wirklich extrem viel. Ich glaub, ich hab irgendwo auch mal eine Liste gesehen, ähm, wie viele Spiele man damit schon getestet hat. Und gibt euch richtige Datenbanken dahinter, was funktioniert mit Proton, was nicht. Nicht coole Geschichte tatsächlich, aber genutzt hab ich's ehrlich gesagt selber auch noch nicht. Ja, aber Dark schreibt hier auch grad, Proton ist ein modifiziertes... Wein. Wein. Wein, es wird Wein ausgesprochen. Also es ist, ja, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Wie gesagt, ich hab mich mit Proton nie größer mal auseinandersetzen müssen. Äh, ist auf jeden Fall aber eine coole Geschichte. Wird, glaub ich, auch nach wie vor weiterentwickelt. Ähm, ist ja immer so bei Valve so ein bisschen fraglich, ob da noch was weiterentwickelt wird oder nicht. Oder, also grad bei Hardware ja ganz schlimm bei Valve und bei Games gibt's leider auch ein paar Reinfälle, die rausgeworfen worden sind in die Welt und dann nie wieder ein Update erhalten haben. Rip Artifact an dieser Stelle. Ähm, Darker hat geschrieben zum Steam-Release, Der Steam-Release war echt super. Ich hab mir das zum Anlass genommen, um einen neuen Charakter zusammen mit neun Leuten zu leveln. Das war super Spaß. Die neuen Maps waren so gefüllt, dass... Waren so gefüllt, dass wir eine neue Erfahrung... Das war für mich... Holy Shit. Die neuen Maps waren so gefüllt, das war für mich eine neue Erfahrung. Jetzt hab ich's, glaub ich, richtig übersetzt. Auf den alten Karten sind ja immer Leute, aber das war ja halt mal mehr, als es sonst der Fall ist und... Oh Gott, ich kann nicht mehr lesen. Oder ist das so furchtbar geschrieben? Also im Grunde hat er, um's halt ein bisschen, ähm, zusammenzustauchen, die ganzen Geschichten. Er hat halt nochmal einen neuen Charakter erstellt, hochgelebt mit ein paar neuen Leuten zusammen, ähm, und war für ihn halt ein bisschen eine andere, neue Erfahrung. Ähm, ich stell mir das vor, dass seine Erfahrung nicht viel anders war, als bei mir damals, als, 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 als Spiel released worden ist. Da waren ja auch eine Menge Leute unterwegs. Ähm, dann... Äh, schreibt noch Dark Hill, dass er den ganzen Kritikpunkt über den fehlenden Controller-Support nicht ganz versteht. Darüber hat man ja letztes Mal auch ein bisschen gesprochen, über die ganzen, äh, Kritiken, die es da auf Steam dann herumkursieren und so weiter. Äh, und empfiehlt, wenn man eben zum Beispiel mit dem Xbox One Controller oder Xbox 360 oder sonst irgendwas, ähm, mal spielen möchte, dass man da am besten das Programm X-Pattern benutzt. Das hab ich, glaub ich, auch tatsächlich mal versucht. Aber ich bin ganz ehrlich, ich hab keine Ahnung, wie ich meine, meine Tasten da metten soll, damit das irgendwie Sinn macht. Und, ähm, er gibt noch den Tipp an der Stelle, dass die Action-Cam da an der Stelle super gut funktionieren soll. Da fällt mir grad noch... Es tut mir leid, Sky, aber ich muss das raushauen. Ich hatte nämlich letztens, ähm, während eines Streams jemand angeschrieben. Vielleicht find ich das nochmal. Ähm, und zwar ein, ein, ein... Ein Weiß. Eine Person, die nach einem Unfall behindert war, oder nicht behindert war, sondern immer noch behindert ist, und, ähm, halt an den Rollstuhl gefesselt ist, und soweit ich das verstanden hab, äh, schulterabwärts halt komplett gelähmt. Ich glaub, war ein Badeunfall oder sowas hab ich nachgelesen. Und das Geile war, der hat... Der, der spielt, hat Gibboss 2, aber halt dann mit, mit, ähm, mit so Röhrchen und Controller, halt alles über den Mund und so weiter. Und das hat er auch alles mal gefilmt, wie er das dann auch GW2 spielt und so weiter. Muss ich das mal suchen, wo er das hatte. Vielleicht kann man das mal bei Gelegenheit irgendwann mal zeigen. Das fand ich wirklich super. Ja, sowas ist beeindruckend. Geile Geschichte. Ja, ich guck mir sowas auch mega gern an. Also ich hab eine Zeit lang auch, ähm, auch einen Twitch-Streamer. Ich find's leider nicht. Gerade in meinen ganzen vielen Whispers. Ähm, ich hab eine Zeit lang auch auf, auf Twitch einem zugeguckt, der, der genauso auch rummontiert. Und ich fand's halt super interessant, das halt dann auch mal in, in dem ganzen Umfeld von GW2 zu sehen. Der hat dann halt auch wirklich dann dodged und so weiter. Und der hat auch gar nicht mit Action-Cam gespielt, sondern, ähm, mit Tap-Targeting tatsächlich. Und das hat anscheinend echt gut funktioniert. Ich war, ich bin da immer super fasziniert davon. Tatsächlich. Ja, ich find's sowas großartig, dass sowas geht. Ja, Grüße an der Stelle übrigens, äh, wenn die Person das grad hört. Ich weiß, ich, ich, Namens muss sich nicht mehr irgendwie, stelle ich grad fest, dass eine Menge Leute mich auf Twitch anwispern. Äh. Wer stand da berühmt, oder? Ja, ich glaub, weil, weil ich in letzter Zeit halt so viel Gewinnspiel gemacht hab und den Leuten dann Keys zugeschickt hab, lauter Community Chess. Deswegen sind da jetzt plötzlich so viele Wispers. Aber sonst schreiben die Leute mehr nicht. Das ist auch ganz in Ordnung so. Äh. Lieber so, als wenn, wenn du belästigt machen würdest. Bitte? Ja, lieber so, als anders. Ach, dann setz dich die auf die Blockliste. Okay, gut. Ja, ist ein Argument. Ich find ja tatsächlich, Mensch, da muss wirklich eine Menge passiert sein, damit ich eine Person auf eine Blockliste setze. Also, ich glaub, jetzt auch bei mir auf, auf GapWars2 nur, also in GapWars2 nur Leute auf der Blockliste, die halt Werbung gespampt haben. Andere Leute hab ich da gar nicht drauf. Also, ich hab da sogar, ich blogg nicht mal Leute, die mich beleidigen. Da mach ich Rechtsklick drauf und melden. Und wenn sie mich noch ein paar Mal mehr beleidigen, dann melde ich halt noch ein paar Mal öfter. Da bin ich, ist mir eigentlich ziemlich egal an der Stelle. So, dann hatte ich mich irgendwie noch mal versprochen, bei seinem letzten Kommentar, die Tage wusste ich noch, was ich da ursprünglich sagen wollte. Aber stattdessen habe ich dann einen Podcast gesagt, ich weiß gar nicht mehr. Ist egal, spielt keine Rolle mehr. Er meint halt nur, er ist noch ziemlich weit davon entfernt, einen eigenen Podcast zu machen. Dann fragt Dark Hill, wir hatten ja gerade schon die Twitch-Drops als Thema gehabt, was wir eigentlich aus diesen, aus dieser 10-Stunden-Truhe, wo man Kleidungszeit rausholen kann, was wir da rausgenommen haben. Was hast du dir genommen? Ich hab noch gar nichts rausgeholt. Nein, du lachst nicht, aber es ist schwierig, weil ich nicht genau, weil ich hab jetzt die Auswahl von allen, also allen Sets, die da drin sind. Und was nehm ich denn? Das Problem ist halt in meiner Asura, ich nehm nur Einzelteile und mach so meine Fashion. Ich trage keine Outfits mehr. Ah, ist halt schwierig. Ich lach deshalb, weil ich halt genau das gleiche Problem habe. Ich hab halt auch noch nichts rausgenommen. Ich weiß nicht, was ich rausnehmen soll. So die Kleidungssets, die ich am liebsten haben will, hab ich schon. Ich glaub, aus dem Set, so das absolute Lieblingskleidungsset für mich ist halt tatsächlich das Brand-Kleidungsset. Das gefällt mir halt einfach mega gut. Ich find, das kann man einfach wirklich im Charakter, wo man wirklich keine Ahnung hat, wie man den jetzt großartig irgendwie ausschmücken soll oder so, kann man einfach das Kleidungsset geben und vielleicht ist das Thema an der Stelle. Ja, das ist richtig. So für zweite, dritt Charaktere, die noch nicht richtig gut ausgestattet sind, denen hab ich einfach auch Outfit angezogen, als ich damals in Istan und Co. doch die Marken gesammelt hab für Aurora. Ja, Darkwater schreibt auch gerade im Chat, Kiran-Charaktere tragen, also seine oder ihre Kiran-Charaktere tragen Outfits. Das mach ich tatsächlich auch. Ich nehm's immer aktuelles End-of-Dragons-Kleidungsset, also mit dem End-of-Dragons-Symbol drauf. Oh, hab ich über das ganz normale Gewoss-Weilzeichen-Ding genommen. Ist halt eine gute Frage. Also, Timeless-Outfit würd ich nicht nehmen. Also, bei mir, das besitzt sich auch tatsächlich auch schon, und deswegen fällt das auch raus. Nein, ich bin froh, wenn ich nix mit Timing zu tun hab, von daher lass es lieber weg. Bram ist vielleicht keine schlechte Idee. Also, Bram find ich wirklich super. Gefällt mir mega gut. Man kann das auch super gut einfärben. Was ich noch überlegt hab, war vielleicht das Grenz-Set vielleicht rauszunehmen. Ja, aber das find ich gar nicht so schön. Also, Sura find ich nicht schön. Aber auf Menschen, auf Char weiß ich gar nicht. Ja, Char sieht auch nicht so gut aus, glaub ich. War das Ritualist, was, glaub ich, so ein bisschen besser aussah. Ich glaub, Ritualist ist gar nicht drin. Nee, nee, da ist nicht drin, aber es gibt eins, wo ein bisschen schöner aussieht. Ja, das gibt es schon. Ja, sowas wär interessanter gewesen vielleicht. Am liebsten natürlich in Einzelteile, damit man richtig schön komponieren könnte. Das wär großartig. Aber ich hab so die Vermutung, dass es in Zukunft öfters in Edelstein-Shop jetzt mehr Einzelteile kommen und nicht mehr so Kleidungssätze. So ein bisschen mein Eindruck, den ich hab. Ja, schau mal auf jeden Fall mal weiter. Reden wir auch kurz mit dem Item-Shop. Über den Item-Watch, wie er geschrieben hat. Da schreibt er nämlich, oh, den Flammengeist-Bot. Finde ich echt süß, aber die Matik bleibt. Man sieht's halt kaum, was schade ist. Die äthergebundene Rüstung ist so toll. Hab mich gefreut auf die Brust und Hose. Bin gespannt, wie der Kopf aussieht. Ich hoffe, dass der nicht aktuell ist. Mal gucken, ob der überhaupt irgendwann noch kommt. Er hat ein Arena-Head-Party, schreibt der Arke, folgendes noch. Er würde es zu sehr... Möchte ich schon kurz einen Schluck Wasser trinken. Irgendwie das mit der Artikulation. Das funktioniert bei mir nicht. Und Artikulation ist an sich... Warum ist Artikulation so ein schweres Wort eigentlich noch? Ja, wir sind einfach nicht die Kälte geworden. Und du die Dunkelheit morgens im Büro. Also im Grunde würde Dake es sehr sehen. Hätte es sehr gerne gesehen, wie ich da ausflippe auf der Party. Aber ich muss halt ehrlich sagen, ich bin halt gar nicht so krass ausgeflippt. Man sieht das vielleicht später auf dem Foto, wie ernst ich eigentlich immer gucke. Und wünscht auch noch mal alles Gute an Jora wegen dem Video, das Eora gemacht hat. So, dann. Der Schildkrötenstuhl finde ich ja ziemlich geil. Das kann man auch sagen. Und es gibt insgesamt drei. Ich glaube, wir hatten später auch noch mal einen Kommentar. Genau unten drunter von Miri. Drei Stühle, mit denen man sich eben bewegen kann. Also Inquestur, die Wolke und jetzt noch die Schildkröte. Und ich glaube... War noch ein weiterer? Ne, das waren alle. Ich vertraue da Miri. Miri ist ja unsere Galerie-Frau. Und die hat geschrieben, kann man auch kurz vorlesen. In dem Schildkrötenstuhl gibt es auf jeden Fall drei Stühle, mit denen man sich bewegen kann. Zum einen der Inquesturstuhl und Gleiter, den Durzern erwähnt hat, den Wandernden-Wolkenstuhl und Gleiter und jetzt die Schildkröte. Die Frage, ob man sich mit dem Throm aus Adashin bei Lohnung aus Raid Wing 7 bewegen kann, könnte ja vielleicht jemand mit dem Stuhl beantworten. Keiner hat drauf geantwortet. Ich weiß gar nicht, welcher Thron das sein soll. Die hätten ja auch mal gucken können, ne? Der Trupp der nur von Kadim? Ne, ne, ne. Der gibt es doch wieder für Marken, oder? Ach, das ist das Ding. Ne, der bewegt sich nicht, soweit ich weiß. Ne, ne, der bleibt stillstehend. Das ist dieser Thron, der so leicht über der Luft, über den Boden leicht hobert. Mit so einer runden Plattform. Und soweit ich weiß, kann man den gar nicht bewegen. Der bleibt starr stehen. Soweit ich weiß. Ich bin ja mal gespannt, ob sie mehr Stühle jetzt, mehr Stühle machen, die wie die Schildkröte sind. Weil da wäre eigentlich noch ein Potenzial für verschiedene Tiere. Ja, ich glaube eher, es wird jetzt mehr in Richtung Ja, da wird es jetzt noch gehen. Das ist jetzt tatsächlich so, glaube ich. Ja, da gibt es bis jetzt nichts, was mich irgendwie anlacht. Ich finde beide nicht gut. Wirklich? Nein, ich mag den Flammending. Ich finde, den Flammending, da steckt weniger Arbeit drin, als in der Katze. Das mag sein, aber da... Aber genauso toll. Ja, theoretisch gibst du vielleicht sogar weniger aus. Weiß man nicht. Seit rein ins Flugspiel an der Stelle. Ja. Ach schon, stimmt. Der kuschelt ja nix richtig. Ja, ja. Ja, gut. Ja, ja. Der kuschelt Schlüssel und Glück und so. Das ist schon richtig, aber du weißt, wie ich es meine. Das gibt sich als festen Grundbetrag. Ja. Ja, gut. Und du kannst ja die Schlüssel auch dafür farmen. Das muss man halt auch immer sagen. Ja, du kannst auch die Edelsteine farmen mit Gold. Ja, das geht auch. Kannst beides machen. Das ändert trotzdem nix, also es ist recht teuer. Aber egal. Gucken wir mal weiter. Dann hat Normandy86 geschrieben. Danke für den Upload. Allerdings solltet ihr mal eure Tonabmenschung besser abstimmen. Ist diesmal viel zu leise und zu schwankend. Da wäre es mal interessant. Ich habe es nämlich jetzt nicht durchhören können und Sky auch nicht. Ich will meine Stimme nicht hören. Das ist immer ein ganz großes Problem. Ja. Würde ich sie mögen, würde ich sie mal ständig. Ich bin halt ehrlich. Ich bin die Woche zu praktisch gar nichts gekommen. Da wäre es vielleicht noch ein bisschen genauer an der Stelle zu gehen. Ob das nur bei einer Person ist oder ob das bei mehreren Personen ist. Aber es war, glaube ich, auch ... Ja gut, wir könnten ja hier direkt mal an den Chat hier fragen. Wie ist der Ton? Also, bei uns müsste die Einstellung eigentlich passen. Ich habe nicht zwar rum. Guck mal, Normandy schreibt sogar was in den Chat. Leute, wenn ihr auch mal hier in den Chat was schreiben wollt, jeden Tag sagt 19 Uhr auf twitch.tv slash kildnews und dann muss ich das nicht mehr am Ende sagen. Das musst du trotzdem machen. Oh, jeder hat Bescheid, ne? Ich sollte immer, wenn du dein Monolog fertig hast, grundsätzlich einfach nur Tschüss sagen, weil ich versuche immer irgendwie noch was zu erwähnen und verhedder mich. Genau so wie am Anfang. Es ist krass. Riecht allzu unterschiedlich in der Lautstärke. Okay. Ja gut, Deutschland ist zum Beispiel aktuell bei minus 7,2, weil er auch für mich, und ich habe hier schon meinen Desktop-Sound für ihn extra runtergedreht, weil es ist ziemlich laut heul. Und ich kann mit dem Mikrofon das hier einstellen. Also es müssten eigentlich relativ gleich sein. Ich versuche halt nur nicht so viel zu schreien, weil, naja, damals als Kritik kam, war ich zu laut von daher. Aber ja, das müsst ihr auch sagen. Da ist auch das Live-Publikum so ein bisschen gefordert. Ja, ein bisschen Interaktion muss schon sein. Richtig. Ein bisschen Interaktion muss heute schon sein. Ich meine, ich kann natürlich viel, viel energischer reden. Das dürfte kein Problem sein. Aber ist auch für mich die 11., 12., 13. Stunde, keine Ahnung. War so ein langer Tag. Gut, was haben wir sonst noch? Ja, ich habe gerade versucht, die letzte Podcast-News aufzumachen und habe festgestellt, hm, da haben wir wohl einen Blödsinn getrieben. Naja, gut, weil ich will auch wissen, ob wir da auch einen Kommentar haben. Vielleicht habe ich es gleich noch. Ja, Rudi Ratlors hat zum Beispiel, was du nicht glaubst. Ja, 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 ganz einfach. Rollrader hat noch geschrieben. So, Jungs, jetzt aber mal raus an die frische Luft. Ich weiß nicht, was das soll. Wir waren jetzt eigentlich eine ganze Woche gefühlt. Das klingt für mich wieder wie so ein Insider, den ich nicht verstehe, weil ich nicht cool bin. Ja. Ja, danke. Du bist doch ein bisschen mehr, ich weiß nicht, keine Ahnung. Als würde ich irgendwelche Running-Gigs ... Du bist ja hier nicht, wo immer ständig weg ist übers Wochenende. Ich bin langweilig. Ich sitze nur zu Hause und spiele Spiele oder Zeichen und keine Ahnung, ich bin richtig langweilig. Ich bin schlau. Ich fasse Gras nicht an. Ich weiß, soll ich öfters mal machen. Aber ganz ehrlich, ich habe auch schon lange kein Gras mehr angefasst. Also, nicht, wann ich das letzte Mal ... Kann man falsch verstehen, oder? ... auf so einer richtigen Fiese war. Ich weiß, das ist mir dann auch so aufgefallen, als ich ausgesprochen hatte. Ich wollte es einfach unkommentiert lassen. Hätte ich jetzt natürlich die Alerts an hier, dann würde wahrscheinlich jemand jetzt dein Schmier-Skiffen benutzen. Hätte gut gefallen. Wahrscheinlich. Aber das gibt es im Podcast nicht, weil ich auch zu faul bin, das einzuschüllen. Ja. Ist auch besser, für die Audio-Zuhörer wäre es wahrscheinlich schlimm, wenn ich dich hier dann wirst Giffen kommen. Oder deine Loot-Witze sind mittlerweile auch ein bisschen ... Meine Mama sagt immer, das heißt magisches Gespür, weil sich das magisch anfühlt, wenn man lootet. Also, wenn ihr da mehr hören wollt, kleine Werbung, wenn ihr da mehr hören wollt, dann schaut etwas sonntags um 8 Uhr bei Durzern vorbei in seinem Livestream. Hier auf Guild News, Twitch TV, Flash irgendwas. Und da könnt ihr für Kanalpunkte dann eine Dialoge anhören. Die allerdings mittlerweile im Bad haben und ehrlich gesagt ziemlich nervtösen sogar geworden sind. Ich lache aber tatsächlich immer noch über die Loot-Dinger. Aber, ja. Die sind gut, aber du musst neue machen, weil im Prinzip ist es so, meine Mama Star kommt so häufig vor und du redest viel zu viel über Loot. Was sagt uns das über dich? Ja, ich weiß nicht. Das war einfach so ein Gedanke. Ich weiß nicht. Das war einfach ein Abend, wo ich dann gedacht habe, oh, komm mal. Ich mache hier so einen Loot-Spruch. Dann ist mir der Nächste eingefallen. Der Nächste, der Nächste. Und dann sind es halt einfach so viele geworden plötzlich. Ja, gut. Reden wir mal. Inzwischen habe ich auch nachgeguckt. Wir haben keine News auf unserer Podcast-News gehabt. Über Sir ... Nee, warte mal. Es ist nicht Sir Rudi, sondern eigentlich Spitting, Roughnecks, Rudi-Ratlos-Kommentar. Danke für die Erklärung von dem Nächsten. Und zwar, um das mal ein bisschen zusammenzufassen. War auch toll geschrieben, ne? Keine Schreibfehler, aber ich finde, das ist eine super Geschichte, um das zusammenzufassen. Was Rudi-Ratlos nämlich schreibt auf YouTube, ist, er findet es halt ein bisschen seltsam oder es fällt ihm halt zur Zeit länger und auf. Das war auch tatsächlich sein Wort laut. Dass ganz viele Leute, Altspieler sich halt beschweren, dass man halt für Guild Wars 2 halt Geld ausgeben soll, ne? Ich fühle mich nicht angesprochen hier. In den Steinshop, aufzulachen und so weiter. Und er sagt halt, na ja, ich rechne halt pro Jahr 100 Euro für Guild Wars 2 ein, weil es ist halt mein Hobby und dafür sehe ich dann auch 100 Euro im Jahr dann auch regelmäßig da halt dementsprechend zu zahlen. Also das wäre dann ganz grob geschätzt, dann halt über die letzten 10 Jahre, wenn man an den 10 Jahren schon spielt, halt an die 1.000 Euro, ne? Wahrscheinlich sogar noch mehr, wenn ich mal ehrlich bin. So, das war die Aussage im Grunde von Rudi-Ratlos. So, eine Menge Leute haben nochmal drunter kommentiert. Dankeschön an der Stelle. Ich habe mir tatsächlich auch ein bisschen Gedanken dazu gemacht und bin dann zu folgendem Ergebnis gekommen. Wenn ich ein Hobby habe, dann entscheide ich immer eigentlich, also ich habe dann auch so ein bisschen überlegt, wie ist denn das so bei dem Hobby, als ich das mal hatte oder bei dem Hobby, was ich gerade habe, wie mache ich denn das da so geldtechnisch? Und ich habe Hobbys, für die gebe ich dann praktisch gar kein Geld aus. Könnte ich jede Menge Geld ausgeben, aber mache ich dann nicht. Zum Beispiel ein Hobby bei mir sind Brettspieler. Ich kaufe mir eigentlich über das Jahr eigentlich kaum Brettspiele. Ich bin so ein Schmarotzer, ich bin im Brettspieleverein, da gehe ich rein und spiele mein Brettspiel, das irgendjemand anderes mitgebracht hat. Ich schmarotze praktisch. Aber du gibst dann ja was zum Trinken aus oder irgendwas, oder? Ja. Sag einfach ja, du bist live. Sag ja, das machst du. Ja. Genau, du bist ein guter Mensch. Ich glänze mit meiner Anwesenheit, mit dummen Sprüchen und lasse und kaufe natürlich auch, das mache ich wirklich, immer die Getränke im Vereinsheim. Weil wir haben tatsächlich einen Vereinsheim. Das unterstützt den Verein, nämlich auch die Getränke dort einfach zu trinken und nicht irgendwo anders mitzunehmen, mitzubringen. Genau, das ist zum Beispiel ein Beispiel. Ich habe aber auch andere Hobbys in der Vergangenheit gehabt, wo ich auch eigentlich nicht viel Geld ausgegeben habe. Also ich habe früher gerudert. Was habe ich denn da an Geld ausgegeben? Ich habe einmal meine Klamotten gekauft, eine Hose, Schuhe, ein T-Shirt und ja gut, vielleicht noch ein paar mehr T-Shirts. Aber das war es dann auch. Gut, ich meine... Da war es dann auch nicht so, dass ich dann gesagt habe, ich muss jetzt jedes Jahr mir eine neue Ausrüstung kaufen an der Stelle. Es kommt gerade aufs Hobby drauf an. Ich meine, wenn du zum Beispiel... Meins ist zum Beispiel Videospiele, ganz klar. Ja. Das ist definitiv ein Luxushobby, weil Spiele sind nicht so günstig. Auch wenn man natürlich immer schaut, dass man Schnäppchen macht ohne Ende. Aber trotzdem ist es halt, wenn du es auf Jahr hochrechnen, schon ordentlich. Und das ist definitiv mehr als jetzt die 100 Euro. Es kommt halt auch immer ein bisschen aufs Hobby drauf an. Ich sage mal, wenn du Miniaturen gerne bemalst, dann wirst du über das Jahr viel Geld ausgeben müssen. Weil du brauchst halt neue Miniaturen, damit du was zum Anmalen hast. Bisschen kannst du ja nicht einfach, was weiß ich, Stellteilung betreiben und dann steht plötzlich eine Mini-Figur von einem Zwerg auf dem Tisch, die du jetzt bemalen kannst. Das geht ja alles nicht. Gut, manche fahren Motorrad, manche sind halt in den Vereinen, wo man mehr Geld zahlen muss. Manche gehen gerne ins Kino. Also es macht schon Sinn. Manche gehen vielleicht einfach nur gerne essen. Klar, jetzt in der Pandemie war das so eine Sache. Aber naja, Restaurantbesuch mit Freunden, wenn du einlädst, ist locker mal das ganze Geld. Also 100 Euro ist da nix, wenn es uns richtig angeht. Also ich sehe das halt nicht so, dass ich sagen muss, ich muss dafür jetzt Geld ausgeben. Ich mache das einmal. Ich bin eigentlich ganz ehrlich. Ich habe gar keine Ahnung, weil das auch ein bisschen schwierig ist bei mir tatsächlich, wie viel Geld ich eigentlich über das Jahr für Guild Wars 2 ausgebe. Weil ich es zum einen nie getrackt habe und zum anderen kriege ich halt auch immer wieder mal Edelsteine, weil zum Beispiel mit einem schwarzen Truhen zu öffnen oder sowas. Ja gut, klar, du machst ja auch Content-Field-News, das macht ja auch Sinn. Ja, ja, aber ich wüsste gar nicht, wie viel Geld ich eigene Summe ausgebe. Ich muss auch sagen, wenn dann zum Beispiel mal Edelsteine im Angebot sind, dann gehe ich her und so. Und kaufe mir dann auch Edelsteine nicht. Ich lese gerade nebenbei, die Queen ist wohl gerade verstorben. Ui. Nur so, nebenbei. Jetzt lass mir mal in den Kommentaren gucken, was die Leute noch geschrieben haben. Von wem? Hannesfair. Was hat denn Hannesfair geschrieben? Hannesfair schreibt, ich sehe, also im Chat gerade bei uns, ich sehe das so, wenn ich echt Geld im Game World 2 investiere, bekomme ich ingame etwas dafür, was ich gerne nutzen möchte. Bei anderen Spielen müsste ich gegebenenfalls monatliche Abogebühren zahlen und habe erstmal nur die Spielzeit dafür. Ja gut, das ist halt da, da geht es halt darum, na, wie viel, fand ich auch letztens super interessant, ähm, das war bei einem anderen Spiel, da stand irgendwie, er rechnet immer bei einer Spielzeit von x, zahlt er dann auch x Euro, ja, also pro Stunde Spielzeit zahlt er ungefähr 1 Dollar, hat er, glaube ich, irgendwo geschrieben. Und, äh, witzig war, das hat er halt bei einem Spiel geschrieben, was halt einen Festpreis hat, ich müsste jetzt mal gucken, was das eigentlich für den Festpreis eigentlich ist, aktuell, ähm, und hat halt da drin über hunderte Stunden drin, also ich glaube, 700 Stunden auch hatte der, als er den Bewertungen geschrieben hatte, wo ich ein bisschen da saß, also, uff, das wären gern schon viele Euros, die da hüten gegangen sind. Genau, das Spiel kostet eigentlich 25 Euro aktuell noch, ähm, das wird demnächst wohl ändern, und, und er hatte, glaube ich, 700 Spielstunden, ich find's grad, aber den Kommentar nicht mehr. Ja, dass sich das auch mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, gut, man muss auch sagen, da gibt's keine Microtransactions oder, oder Playtime, die du da kaufen musst, bei dem Game explizit, da find ich immer sehr krass. Was ist das Spiel nochmal? Das Spiel heißt Foxhole. Ah, okay, kenn ich nicht. Ja, gut, es kommt halt immer drauf an, also, ähm, was dir halt auch der Spielwert ist, also, äh, es ist schwierig, also, ich kann zum Beispiel aktuell sagen, ähm, ich hab mir zum Beispiel aktuell, weil, ähm, jetzt Destiny 2 wurde ja jetzt bei Gamescom die neue Erweiterung angekündigt, ja? Ja. Und ich hab das Spiel ja damals, als es auf Steam rauskam, äh, rauskam, hab ich's ja gespielt. Ich hatte es damals, glaub ich, für den halben Preis auf, und Blizzard Launcher gekauft, das Destiny 2 war ja damals noch bei Activision, und das war ja auf dem Blizzard Launcher, hab mir das damals so weiter gekauft, hab das ein bisschen gespielt und dann aufgehört. Und als es dann auf Steam dann Free-to-Play wurde, hab ich meinen Account rübertransferiert und hab's dann ein bisschen durchgesuchtet, äh, in dem, in dem Winter, hab aber dann mehr oder weniger dann aufgehört im Frühjahr. Und dann hab ich komplett aufgehört, weil, äh, das Business-Modell ist einfach furchtbar, da ist Guild Wars 2000-mal besser. Und jetzt hab ich halt wieder Bock drauf bekommen und hab mir halt die letzten zwei Erweiterungen geholt, weil ich dann auch diese, den Season-Content noch ein bisschen spielen kann, die Story, in Anführungszeichen. Das Ganze hat mich jetzt, das war ja im See, das hab ich mir überlegen, so circa über 70 auch gekostet, glaub ich war's insgesamt. Aber es war mir tatsächlich das wert, weil ich einfach Bock drauf hab. Und ich spiel eigentlich jetzt seit zwei Wochen das Spiel und ich hab Spaß damit. Also es kommt halt immer drauf an, wenn du wirklich auf etwas Lust hast, dann investierst du halt auch das Geld und dann musst du dich schlecht fühlen und dann ist es für dich auch gut angelegtes Geld einfach. Also ich muss, muss ehrlich sagen, ich hab so in diesem Jahr ein Spiel gekauft, da fühl ich mich schlecht, dass ich's gekauft hab. Nee, war das sogar letztes Jahr? End of Dragons? Nein. Nee, Battlefield. Oh ja, das. Da fühl ich mich echt schlecht, dass ich mir das gekauft hab. Sie haben doch jetzt neue Patches rausgebracht. Mittlerweile wird's ja langsam so, dass man spielen kann. Ich hab's tatsächlich die Tage noch mal angespielt und hab festgestellt, das ist immer noch nicht mein Spiel. Ich hab's immer noch. Ja, das ist drauf. Ich hatte gehofft, ach, jetzt ist es vielleicht mein Geld wert? Nein. Nein, leider nicht. Gut. Aber das ist auch zum Beispiel jetzt mal eine Frage an euch da draußen. Also, ihr könnt uns da gerne schreiben. Auch natürlich im Chat geht's genauso. Ist es ... Was ist es euch wert? Wenn ihr so ein Spiel spielt, wollt ihr da Geld investieren? So, ich lese immer einfach Guild Wars 2 als Beispiel. Legt euch auch Geld zurück und ... Oder gebt ihr jede Woche im Edelstein-Shop was auf? Weil es gibt ja wirklich Leute, für die ist der Game Store Dienstag oder der Edelstein ... Edelstein Dienstag. Wirklich Content und die geben halt wirklich jede Woche da viel Geld aus. Was ich persönlich nicht machen würde, weil das ist schon viel. So 20 bis 30 Euro pro Woche. Da frage ich mich auch, okay, wäre dann wahrscheinlich Abo-Gebühr mit 12 Euro nicht irgendwie günstig. Das wäre eigentlich mal interessant zu wissen, was so der durchschnittliche Edelstein-Item-Shop-Watch-Dienstag eigentlich kostet. Das weiß ich nämlich gar nicht. Das können wir heute durchaus mal kurz reichen, wenn wir nachher da hinkommen. Das ist kein Problem. Können wir kurz reichen. Meistens ist es definitiv. Ich meine, so über die letzten drei Jahre auch gerechnet. Oh. Also da müsste man sich wirklich mal hin noch. Einer schreibt hier, also Inom schreibt hier, also ich gebe im Schnitt 50 bis 100 Euro aus im Monat. Gilt was, zwei? Wow. Ist das ... Hier haben wir nochmal 20 bis 30 Euro pro Montag. Das soll wahrscheinlich Monat heißen. Ja, gut. Das ist sehr interessant. Ich finde, die Diskussion kommt nämlich immer wieder auf, wenn es heißt, okay, sollte Guild Wars 2 einen Aboservice haben, dann steigen alle auf die Barrikade. Aber ein Aboservice ist zum Beispiel nur 13 Euro. Wenn man jetzt in der Woche schon, sage ich mal, 30 Euro ausgibt, nur um einen schönen Mountskin zu haben. Und das ist nur der Mountskin, ja? Oder sag mal, 26 Euro sind es ja meistens, so ungefähr, so 20 bis 26 Euro. Dann ist es ja schon doppelte Farsch als die Abogebühr. Und für die Abogebühr bekommt man dann halt, wenn neuer Content rauskommt, halt Itemsets und so weiter. Gratis einfach. Es sind halt immer interessante Fragen deswegen. Aber ja, das ist ein Thema für sich, was man wahrscheinlich mal mit ein paar anderen Leuten das mal wieder machen könnte. Ich bin ja auch mal gespannt. Also, ich glaube, es ist mehr oder weniger ein offenes Geheimnis, dass man sagen könnte, es ist ja, wo es gibt was drei Entwicklungen, wo es da so monetarisierungstechnisch hingehen wird. Bitte? Naja, gut, es gibt ein unbekanntes, nicht angekündigten Titel, wo sie sagen, es ist von einem bekannten Franchise. Das sind Informationen, die wir haben. Ja, gut, aber sie hätten auch Arrakis fast bekommen, was ja mittlerweile Tune by Funcom ist, was ja bei der Gamescom jetzt angekündigt worden ist. Das war ja das Spiel, was Arena, der Fasch hatte. Ja, da musste ich tatsächlich lachen, als ich auf der Gamescom stand und das gesehen hatte. Ha, das kenne ich irgendwo. Ja, genau, da war was. Kann man bei uns nachlesen. Also, ich nehme sehr stark an, dass es gilt, was drei ist. Ich hätte kein Problem damit, weil es würde wieder für viele Jahre neuer Content bedeuten, über den wir berichten können und Spaß haben. Ja, ja, klar. Aber da bin ich halt eben mal gespannt, wie es da halt weitergeht. Also, ob man da dann vielleicht mal komplett andere Wege einschlägt, also nur noch Lootboxen oder Battle Pass, pass auf hier. Oder Battle Pass, ich finde die Idee von einem Battle Pass finde ich zum Teil gar nicht so schlecht. Da hast du halt wirklich das Beste aus beiden Welten. Du hast Druck, weil du das wirklich fertig machen musstest. Gut, ich habe jetzt, glaube ich, noch 90 Tage bei Destiny in der Season, um meinen Battle Pass zu machen. Ich bin, glaube ich, über 20 oder so. Es ist interessant, aber es gibt auch so eine Art von Druck, was ich persönlich nicht so gerne im Spiel habe. Es gibt viele Leute, wo es sich zu wünschen. Ja, ich verstehe, was du meinst mit dem Druck. Das geht mir halt auch immer ein bisschen auf die Nerven, wenn ich das in anderen Games sehe. Mensch, Abkürzung ja kaufen, ne? Das, was da hinten an Belohnungen kommt, muss ich mir gar nicht angucken, weil so viel werde ich die Spiele jetzt nicht suchten. Aber vielleicht geht man dann halt einfach den Weg und sagt, okay, wenn du den Battle Pass einfach auf Frage geschalten hast, dann hast du ihn permanent und hast nicht den Druck dahinter, dass du den Battle Pass irgendwie durchdrücken musst. Es gibt halt nur, du kannst den Battle Pass halt kaufen, damit du noch die anderen besonderen Belohnungen freischalten kannst oder so. Ist ja egal, kann man ja auch gerne mal, könnt ihr ja auch mal eure Vorschläge, was, wenn es ein Guild Wars 3 geben sollte, was ihr euch als Monetarisierung wünschen würdet, was weiß ich, nur Spielen kaufen, alles andere weglassen oder Das müssen wir als Hashtag jetzt benutzen für den Budget vom Podcast, gilt wohl aus drei Diskussionen. Womit könntet ihr leben? Ja, vielleicht können wir das einfach nächstes Mal machen. Da würde ich aber Dörten oder irgendjemand anders noch mit dazu nehmen, einfach mehr Leute, sowas finde ich interessant, ehrlich gesagt. Können wir es mal notieren, mal gucken allgemein so ein bisschen, wenn es ein bisschen ruhiger wird, weil nächste Woche gibt es andere Dinge. Lass uns noch kurz über den Chat drüber gehen, können wir weitermachen, was noch ein paar Kommentare zu dem Thema gab, hätten wir zum Beispiel hier, ich habe Gerannor zum Beispiel geschrieben, habe tatsächlich bis auf zweimal 20 Euro nichts ausgegeben, dafür immer die dicken digitalen Erweiterungen mit Edelsteinen drin. Das ist sogar ziemlich smart, weil die 4000 Edelsteine, wenn man das hochrechnet, sind auf jeden Fall, also wenn man sie einzeln kaufen würde, mit dem 2000er Pack und so weiter, wäre es definitiv teurer, als wenn man jetzt die Ultimate Edition kauft. Also damit spart man definitiv Geld und man hat dann natürlich genug Edelsteine, falls mal wirklich was drin ist, was man wirklich haben möchte. Also es ist definitiv smart, das so zu. Es war viel Geld auf einmal auszugeben, aber auf lange Sicht gesehen, spart man damit. Dann haben wir Walter zum Beispiel, ich verdiene gutes Geld und es ist mir schlicht einfach egal, das Geld, auch eine Möglichkeit. Da bin ich zu knauserig, manche würden sagen, da kommen die Schwaben-Gene in mir raus, obwohl ich ein Schwabel-Ländl bin. Was haben wir sonst noch? Sakkulu schreibt, das Abo-Modell ist immer so zweischneidig, sage ich mal. Ich persönlich habe bei Abo-Modell eher das Problem, dass ich das Gefühl habe, spielen zu müssen, weil ich dafür bezahle und das finde ich beißt sich etwas mit Guild Wars 2, weil es jederzeit aussteigen und wieder reinkommen kann. Das ist richtig, das ist der einzige Nachteil beim Abo-Service, also bei Final Fantasy zum Beispiel. Man muss zahlen, um die Story zu spielen, das ist einfach ein Fakt. Bei Destiny muss man einfach eine Erweiterung kaufen, die viel Geld kostet oder in dem Fall halt, wenn du die Season spielen willst, musst du einen Season Pass kaufen, das ist glaube ich 10 Euro, damit du überhaupt den Content spielen kannst und die, ich glaube den Content kann man spielen, aber du kriegst halt nichts von der Story und die ganzen Belohnungen, also die extra Battle Pass Belohnung gibt es nicht. Ich glaube so Standard Battle Pass hat jeder bis 100 pro Season, aber du, wenn du dann das Ding, den Season Pass nochmal kaufst, kriegst du nochmal eine zweite 100 Punkte Riege dazu. Und ja, aber ja, ich kenn's, ich kenn's. Deswegen hab ich mir bei Final Fantasy zum Beispiel mit den neuen Kunden, wo er jetzt kam, für ein halbes Jahr ein Abo geholt. Das waren weniger als 60 Euro insgesamt. Man spart damit definitiv nochmal ein oder zwei Euro pro Monat. Also definitiv Geld gespart damit. Und jetzt hab ich halt keinen Zeitdruck. Ich kann jetzt bis zum Frühjahr spielen wie ich will und nimm mal zwei Kunden-Pages damit mit. Das ist okay. Aber ja, das ist halt immer ein Problem. Ach ja, ich will keinen Guild Wars 3. Okay, gut. Darkwater hat noch geschrieben, ich hab mir einmal einen Battle Pass geholt und nie wieder. Ich glaub, ich hab grad noch ein bisschen überlegt. Ich glaub, ich hab bisher zweimal einen Battle Pass geholt. Und das war beide Mal in Dota 2. so ein Ja. Gut, man muss natürlich auch immer sehen, was sie bieten. also, äh, bei dessen ist so, wenn du, bei Bezahlinhalt, dann kriegst du auch zum Beispiel Emotes und vielleicht mal so ein Raumschiff-Skin und so ein Zeug. Wenn du die Dinger im Shop kaufen musst, dann zahlst du halt wieder mehr. Also du kriegst definitiv schon was, allerdings musst du es dir halt in Anführungszeichen erarbeiten, indem du halt die Erfahrungspunkte sammeln. Oder ein Level-Kaos. oder sonst irgendwas. Da gibt's ja verschiedene Modelle auch an der Stelle. Also ich fände halt so ein System vielleicht von der Idee her ganz interessant, dass man einen Battle Pass vielleicht immer wieder neuen reinbekommt, so wie wir Staffeln bekommen, nur kann er halt nicht ablaufen. Wenn ich zum Beispiel durch einen Unterschied. Hast du jetzt was losgedreht mit einer Agile-Loss-Theorie hier? Ja, ich merk schon und wir haben halt eine Stunde voll, äh, aber jetzt schnell noch den letzten Kommentar und der ist von Christian J mit drei Dornchen auf. Jetzt kann man mit dem Podcast anfangen nach der Stunde. Ja, das wird heute, das sind heute nicht so viele Themen, hat er gesagt. Ich hab gesagt, das wird kein Problem, wenn wir schaffen. Nein, das ist ja in Ordnung, weil das sind die Themen, die sich halt daraus ergeben. Das ist, deswegen sag ich auch immer, es ist wichtig, dass ihr Kommentare schreibt oder aktiv seid. Wenn nicht so viel los ist, erschöpfen wir daraus halt ziemlich viele Themen. Ja. Und manchmal macht man halt den Shadow-Drop, dass wir schon wissen, dass Guild Wars 3 nächstes Jahr kommt. Ja, genau. Guild 3 wird es und darf es nicht geben. Also wird es und darf es nicht geben. Okay, okay, jetzt verstehe ich es. Wird es geben und darf es nicht geben. Ich bin so gelöten, den Satz zu lesen. Ach ja. Ich finde, dass Sakulö da was Interessantes geschrieben hat, wenn Guild Wars 3 kommt, könnte man wieder Halle der Monumente machen, aber diesmal halt aus Guild Wars 2 Sachen. Das ist eigentlich ziemlich smart. Das hab ich mir auch schon überlegt, das wird wahrscheinlich irgendwas in die Richtung kommen. Aber ist okay. Reden wir, ich würde sagen, wir machen mal wirklich einen Podcast zu was wäre, wenn Guild Wars 3 oder was. Gut, dann kommen wir doch zum was Angenehmen wie Drachendekade machen. Haben wir uns die angeschaut? Ich hab's mir auf jeden Fall bei mir im Stream angeguckt. Nee, 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 nee. Die Galerie ist ja neu. Die Galerie ist neu. Hatten wir die, ich überlege gerade, ob wir sie trotzdem angeschaut hatten. Äh, ja, dann schaut ihr mal. Genau, dann lass uns doch mal kurz anschauen. Ja. Hier, bitte schön. Einfach nur schnell durch. Und wir sind auf jeden Fall. Das weiß ich sogar. Ich hab sogar die im Stream angeguckt und hab die alle gescreenshotet und hab das komplett vergessen, dass ich die alle gescreenshotet habe. Ich wusste, dass ich sie irgendwo schon mal gesehen hatte mit irgendwas. Ich hab mir die alle angeguckt und ich hab sogar immer einen Screenshot dabei gemacht. Mir fällt's gerade auf, ich hab Screenshots dazu gemacht und hätte mich auch um die Galerie deswegen kümmern können. Ja, hätte ich das mal machen können. Ja, das ist ein Trottel. Das ist unglaublich. Ja. Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Ja, ich hatte tatsächlich, ich hab die komplett vergessen, dass die überhaupt noch existieren. Gut, wir gehen einfach mal kurz so ein bisschen durch. Also, ich mein, die Axt sieht ganz gut aus. Das Design ist halt, sag ich mal, es hat so einen Hauch was von World of Warcraft, so ein bisschen, also mit diesen dickeren Linien sozusagen, oder die Ornamenten. Vielleicht mal kurz ein bisschen zu erklären, also die heißt halt Drachen-Dekaden-Waffen, weil man halt auch mit zehn Jahren gilt, wo es zwei halt schon feiert. Und überall hat man halt immer ein bisschen rot, in dem drin, so rote Kristall, so Rubine und alle Waffen sind hauptsächlich immer Gold gehalten und man hat immer irgendwo, findet man irgendwie immer einen Drachen, so in den meisten Waffen. In ein paar findet man nicht so einen Drachen wieder, wie halt das Geburts-Zweiz-Zeiten. Das ist so die Idee. Genau, du zeigst jetzt gerade zum Beispiel Schwerte, das ist ein super Beispiel für eine Waffe, die halt, wo man den Drachen halt einfach nicht erkennt. Dass er irgendwie... Ja, mich erinnert der Skin so ein bisschen an diese Magical Girl Waffensammlung. Ich habe, ich feiere tatsächlich die Sammlung, also... Also jedenfalls das Schwert auf jeden Fall mit dem großen Kristall und die Flügel-mäßig, aber hier ist nichts mit Drachen. Lass mich mal überlegen, was habe ich denn genommen? Ich habe die Pistole ungeschwert genommen und noch was Drittes konnte ich nehmen. Weiß nur nicht mehr, was es war. Nee, es könnte auch das Kriegshorn gewesen sein, weil mir das extrem gut gefallen hat. Oder auch der Stab. Ich finde, dass es eine wirklich schöne Waffensammlung eigentlich ist. Axt finde ich wunderschön. Ich finde eigentlich auch den Dolch mega cool. Ich finde die Fackel mega cool. Ich finde sogar den Fokus mega cool. Und ich sage ja immer so, Fackel, Fokus, Kriegshorn an denen und, 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 auch wenn man dann mal Kriegslangenbogen, Kurzbogen miteinander vergleicht, das sind so die Faktoren, wo ich sage, okay, wenn die passen, die, die drei Faktoren mehr passen, oder vier Faktoren sind das, dann ist es eine gute Waffen, äh, Reihe, oder, Kinnreihe. Und, und ich finde, es passt in dem Fall, hat wirklich einfach alles. Das ist ein wirklich solides, Kinnreihe, das Ding. Und es ist wirklich schön und wirklich auch nutzbar und brauchbar. Ist zwar nicht das Schild drin, was ich mir immer gewünscht habe, aber das Schild sieht auch ganz geil aus. Ich wünsche mir immer noch so ein cooles, kleines Buckelschild. Das ist ja immer noch mein Wunsch, ein bisschen Arena an der Stelle. Aber, da gibt es noch viel Luft nach oben. Ich finde die Pistole mega cool. Ich finde, das Kriegshorn macht mich einfach komplett fertig. Ich finde das, ich habe bestimmt das Kriegshorn noch genommen. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich Schwert und Pistole genommen hatte. Kriegshorn sieht halt wirklich einfach brachial geil aus. Da könnten sich einige Lechis an der Stelle mal eine Schreibe abschneiden. Nee. Ja doch. Nein. Na gut, über Geschmack lässt sich ja nicht schreiten. Hast du mal Gen 2 Fackel angeguckt? Die kann sich mal von der Fackel mal eine Schreibe abschneiden. Auch eine andere Generation liegt ein paar Jahre zurück. Wann kam noch mal Hard of War raus? Obwohl, wann kam die Fackel raus mit Gen 2? Sie kam wahrscheinlich schon Staffel 3 raus. Oder Staffel 4? Nee, 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 nee. Das müsste Staffel 3 gewesen sein. Das müsste Staffel 3 gewesen sein. Ich weiß nicht mal, wie das Ding heißt. Ich hab das Spiel, ich hab die Fackel auch keine Ahnung, vielleicht dreimal im ganzen Spiel gesehen, weil das halt wirklich keine besonderes coole Fackel ist. Einer meint auch, Kiwi, Mivi meint auch grad, es war Staffel 3. Aber es hat auf jeden Fall keine Schnitzeljagd, also keine so coole Schnitzeljagd wie Metrologikos oder weißt schon, was ich meine. Genau. Gut, dann kommen wir zu einer kleinen Änderung im Guild Wars 2 Forum. Ich glaub, das betrifft wahrscheinlich indirekt auch das Deutsche, aber wahrscheinlich mehr das Englische, weil wir kriegen ja nur die Übersetzung von den Beiträgen, die von Ruby zum Beispiel veröffentlicht werden. Und es gibt's, es ist deswegen interessant, weil jetzt Guild Wars 2, das Guild Wars 2 Community Team, so jetzt haben wir einen neuen Mitarbeiter, Mitarbeiterin bekommen hat. Es ist eine Mitarbeiterin, das ist alles, was ich über diese Person herausfinde. Okay, ich hab schon ein bisschen nachgeschaut, alles klar. Das ist alles, was ich über sie herausfinde. Ja, weil sie nutzen halt May und das ist ja sozusagen die mittlere Form, deswegen kann man das schwer sagen. Okay, und das ist, die Person heißt Double Tap und ja, die übernimmt jetzt auf jeden Fall mehr den Vorendienst so ein bisschen, wahrscheinlich um Ruby auch zu entlasten und ja, kümmert sich darum. Es ist jetzt nicht unbedingt so spannend, sag ich mal, für die deutsche Community, aber es ist eine Teamänderung und halt eine News. Ja, das ist, was mich, also es ist ja, soweit ich das verstanden habe, auch eine Person aus der Community. Richtig, genau, das ist das Interessante, ja. Würde mich mal interessieren, wer da hinter jetzt steckt, weil irgendwie, ich kann mich nicht erinnern, dass es da mal irgendwie eine Jobausschreibung gab in die Richtung. Ja, wo habe ich übrigens heute auch mal wieder reingeguckt. Ähm. Und irgendwann raus ist es Chepra. Aber, aber ich habe, aber ich weiß, dass es halt, ähm. Wo der Spiel kein Dieb und das ist jemand, wo PvP Dieb spielt oder allgemein Dead Eye Fan ist. Also ich weiß, dass es eine Frau ist, weil ich sie schon auf anderen Discords entdeckt habe. Sie, sie hat ja auch, glaube ich, auf ihrem, Formenpost ja auch geschrieben, ähm, dass sie sich unter die Community ein bisschen drunter mischt und ein bisschen dort das Feedback dann auch mitschreibt oder so, so klang das zumindest für mich. und, ähm, dann hat es ja eben auf Discord dann eben auch als Beschreibung drinstehen, dass sie, äh, Ski-Hör, also dieses Ski-Hör sehen. Ja. Naja, gut, es ist doch eine schöne Sache. Es ist immer gut, wenn jemand von der Community dann sozusagen einen Job bekommt. Ja. Bei dem Spiel oder beziehungsweise bei der Firma, wo man halt auch, äh, ich bin auch ehrlich, ich hab die ganze Zeit auch ein bisschen überlegt, ob ich, ob ich nicht eine Person namens Double Tap kenne und hab dann nochmal gegoogelt, aber der Name ist so gut gewählt, dazu findest du halt einfach nichts passendes, weil halt jeder. Ja, das ist schon ziemlich schwierig, definitiv. Es ist, es ist klug gemacht, sehr klug gemacht. Ja, genau. Also klar, das ist natürlich nur so eine kleine News, äh, aber wie gesagt, ich wollte euch einfach das Ganze ein bisschen erzählen, weil es ist nicht verkehrt, weil, wie gesagt, wir kriegen die übersetzen, äh, vorhin Beiträge, das heißt, wir werden den Namen wahrscheinlich öfters noch lesen. So, nun kommen wir zu der richtig guten News diese Woche, und zwar gab's einen Blogpost, äh, zur Episode 4, von der ersten Staffel, und zwar der Turm der Albträume kommt am 13. September 2022 zurück, also sprich, ein Action Ding stark. Aber in dem Blogpost stand jetzt eigentlich nichts Neues drin, weil das wussten wir tatsächlich auch schon länger, dass das am 13. September passieren wird. Das wussten wir, das ist richtig, ich sag einfach mal, ja, weil ich vergessen hab, dass wir das gewusst haben. Okay, ist ja nicht schlimm, aber jetzt haben wir die offizielle, einen offiziellen Blogpost, ist doch schön, mit dem offiziellen Artbook, äh, Artbook sag ich schon, mit dem Artwork, was ich noch von früher kenne. Ähm, das war, das war damals, äh, das war damals, so vorstellen, für die Leute, die jetzt neu dazugekommen sind, oder in Staffel 1, oder in Staffel 1, die nicht dabei waren, äh, der Content kam ja immer alle zwei Wochen, und immer ein Monat waren ja immer zwei Episoden zusammen, also das, die letzte Episode mit den Ederpiraten war im Prinzip Content für einen Monat, war allerdings in zwei Wochen aufgeteilt. So als My Trin Dungeon, da kam dann halt im hinteren Teil, während Marjorie und die Suche am Anfang vorkommen. Und das sieht ja, bei dem Scarlet zum Beispiel, da war es ja auch, wo es dann hieß, so zwei Wochen später, wenn ihr, wenn ihr da, das, äh, das Kronjubiläum von der Königin mitmacht, die Tischensequenz oder die Instanz mit Scarlet, dann kommt ja zwei Wochen später, in der Zeit hatten wir einfach dann den, äh, Pavillon gespielt und Spaß gehabt, bevor dann die Inversion ausgebrochen ist. Das Coole war, das hat sich halt auch wirklich so angefühlt, als würde man halt wirklich in der Welt sein, weil es von der zeitlichen Abfolge halt genau gepasst hat, ne? Es waren halt nicht nur, dann hat man nicht nur insgesamt zwei Wochen gewartet, bis die nächste Story kam, sondern halt, das war auch in der Story so vorgesehen, dass man auch wirklich zwei Wochen gewartet hat. Das war halt eigentlich ziemlich cool gemacht an der Stelle. Genau. Und der Punkt, auf den ich jetzt hinaus will, ist ja, also zum einen haben sie dann in der Zeit dazwischen immer wieder so, so kleine Brotgruben ausgelegt, Dinge, wo du es dann immer wieder gerne erzählt hast, dass er halt nach jedem Update immer die ganzen Karten durchsucht hat, um irgendwas zu sehen. Ne, das habe ich tatsächlich nicht gemacht, das haben andere Leute gemacht. Ich habe nur NPCs hinterhergelaufen und habe denen ihre Dialoge zugelegt. Das war mein Job. Das war mein Job. Das ist auch schön. Genau. Und das wird hier wahrscheinlich nicht vorkommen, aber im Turm der Albträume war es dann so, dass das alles in den Kesseckhügeln stattfindet und da gab es dann halt so diese Barriere in der Mitte vom See, wo keiner wusste, was da ist, wo man nicht hinkam, wo die ganzen Bäume plötzlich in Kesseckshügel verschwunden sind und später gab es dann auch, glaube ich, Kreidobelisten und so ein Zeug in der Welt, wo man es wirklich suchen musste, was wir natürlich auch dann als Guides hatten. Also das war wirklich viel Arbeit und so ein Zeug und das hat sich entwickelt. Und dieses Artwork zum Beispiel, ich bin ein bisschen abgeschweift, aber das Artwork hier war zum Beispiel das Erste, was wir gesehen hatten auf der offiziellen Homepage, was als nächstes kommt. Weil sie hatten immer dann oben in der rechten oberen Ecke und also, ja, lass mich mal, ich gehe mal nochmal kurz zurück, vielleicht finde ich. Stimmt, sie haben ja immer ein Teaser-Bild gebracht, dann ein Teaser-Video und dann erst das Update. Oh ja, holy shit. Ich schau mal, ich glaube nicht mehr, dass sie das haben, aber das war, glaube ich, das war schon eine wilde Zeit. Veröffentlichung und dann lebendige Welt, genau. Ja, ich glaube, das wird so weit gehen, wie das geht, aber ich kann es euch nur mal so ein bisschen provisorisch zeigen. Also zum Beispiel hier, gerade als Beispiel mit dem Drachengepolter. Sie hatten auch für Staffel 1 gar nichts mehr irgendwie reingemacht, wir sind auch ein bisschen traurig und in der alten Seite war es halt noch so, dass hier oben dann immer in der kleinen Ecke ein neues Artwerk aufgetaucht ist, wo wir dann angefangen haben zu spekulieren und ich weiß es deswegen so gut, weil wir spekuliert haben, okay, was ist dieses Ding da oben auf dem Turm? Ist das eine Pflanze? Ist das der blasse Baum irgendwie? Oder gibt es einen zweiten und solche Dinge? Und ich weiß auch, wie wir da im Podcast rumdiskutiert haben und Staffel 1 war schon eine geile Zeit. Also daran kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr erinnern, wenn wir darüber diskutiert hatten, aber ja, ich habe das komplett vergessen, dass sie ja halt wirklich damals Teaserbild, dann wirklich so ein Video. So ganz klein oben, kunstlich größer machen, was könnte denn das Ding da oben sein? Das war halt eine schöne Zeit, weil man halt immer so schön spekulieren konnte. Das war halt auch das, was ich halt an der Zeit damals wirklich zu schätzen wusste und wirklich geliebt habe. Woran ich mich halt noch an dem Update halt mega gut erinnern kann, war diese Rocket the Nightmare Contest, wenn du dich daran erinnerst. Oh ja, stimmt, richtig. Wo Musiker aufgerufen worden sind. Ich glaube, das war ein Titel tatsächlich? Irgendein Titel? Musiktitel, Soundtracktitel, der mit dem Update mit rauskam, denn der sollte dann interpretiert werden von Musikern und zu gewinnen gab es dann eine E-Gitarre tatsächlich, die halt in einem Stil von diesem Update gehalten wurde. Ich glaube auch irgendein Mettler oder sowas hatte das Ding dann auch gewonnen. Naja, richtig. Ich google nämlich gerade, aber... Ich finde das bestimmt, weil ich habe, glaube ich, immer noch eine Playlist, wo ich so die besten weil ich halt damals Verdacht gesucht habe und für eine Artikel so die besten Sachen in einer Playlist gespeichert habe. Oh mein Gott, da sind ja richtige Zuckerdinger drin, sage ich dir in meiner Playlist. Holy shit. Warte mal, ich schicke dir mal meine Playlist. Okay, ich habe es sogar gefunden. Ich habe es gefunden. Schauen wir mal nach oben. Du hast das Gewinner-Video gewonnen? Ne, ich habe den Blogpost hier. Ich weiß nicht. Warte mal. Hier, bitteschön. PC Gamer hat einen Artikel gehabt. Und ja, hier. Rock the Nightmare Musik Video Contest. Gewonnen hat, es war eine 3D gedruckte, gilt was zwei Gitarre, von Cygnus, wie heißt das? Cygnus Guitars, keine Ahnung, wie es überhaupt richtig ist. Cygnus, Cygnus Guitars. kreativ auseinandersetzen. Ich habe dir gerade mal ein Video geschickt. Ich habe es sogar, da unten ist das Video sogar eingebunden. Ne, ne, das ist nochmal ein anderes Video. Das war mein persönlicher Favorit. Das ist das Gewinner-Video, genau, was du da gerade hast. Ah, hier gibt es so. Der hatte nämlich, mit seiner Gitarre hatte der das, ach genau, stimmt, stimmt, das zweite Video. Wir können es uns anschauen. Ich weiß halt, gibt es irgendwie Copyright-Probleme? Ich glaube nicht, weil... Ja, wird ja eigentlich nur Give Us Twice abgespielt. Okay, mach mal ein bisschen Lies anschauen wir uns mal. Was haben wir hier? Rock the Nightmare. Ich fand nämlich dieses Video extrem geil mit diesem Doodle. Ich glaube... Ja, das ist dieses. Der war auch noch länger, glaube ich, der war auch der Guild Wars 2 Content Creator gewesen. Ich bin nicht täuschen. Wir haben schon echt wilde Zeiten damals. Musst du dir anhören. Bist du noch da? Ja, ja, ich bin da. Die reden gerade da drüben. Unsere? Ich mach mal kurz Stopp, weil es ist echt übel. Ja, warte mal. Ich schick dir kurz den Link drüber. Wo ist das jetzt? Waren schon sehr wilde Zeiten damals. Oh Gott, ich kann es aber auch mal hier direkt posten. Dann könnt ihr es im Chat wieder folgen. Achso, du hast das auch bei dir. Das Ding ist echt übel. Okay. Also die Idee war ja, wir haben von Arena nicht ein Video vorgesetzt bekommen. Und dann musste man da irgendwie kreativ werden. In dem Fall war es halt wirklich nicht. Es gab halt wirklich super krass geniale Sachen. Ich hab auch wirklich damals im Playlist zusammengestellt, weil ich damals einen Artikel schreiben wollte, was waren so die Einreicherungen. Und diese Playlist existiert halt immer noch auf meinem YouTube-Account. Ich hab ja ein Video, wo eine Person dann einfach Scarlet gekosplayt hat und gesungen hat und Gitarre gespielt hat. Im ganzen Ding. Es sind total echt auch super skurrile Sachen dabei gewesen, was die Leute eingereicht haben. Geniale Geschichte damals. Ja, das passt ja auch ganz gut. Das sind die Grazie, die jetzt in der Episode kommen. Da sieht man mal den Turm der Albt rein, wie im Original noch ein Kessel aus. Oh mein Gott. Als er noch nicht umgefallen ist. Ja, ja. Spoiler. Gibt's auch immer noch eine Story, die halt tatsächlich offen ist in Verbindung mit dem Turm der Albträume, weil der fällt halt irgendwann um und es gibt halt einen Asura, der da, ich glaub, vom Konsortium ist, der in Kessex-Hügel rumrennt und fragt, naja, habt ihr gesehen, wo die Spitze eigentlich hingefallen ist? Also wirklich explizit die Spitze des Turms gesucht hat und diese Story wurde nie weiter fortgeführt. Das Ding ist verdorrt und kaputt gegangen. Aber egal, wir wollen jetzt so viel spoilern, Mensch. Die Leute sollen das wenig noch spielen, wir können das alles nächste Woche Ja gut, dass das Ding hingefallen ist, das erzählt ja jeder in Kessex-Hügel. Oh, ist das wahr. In Kessex-Hügel waren mal wunderschön. Ich hoffe, oh ja, ich hoffe, dass, wenn wir die Story spielen, dass wir noch die ursprünglichen Kessex-Hügel noch sehen können, weil die waren wirklich wunderschön. Kessex-Hügel war meine absolute Lieblings-Map und dann wurde die halt so krass zerschandelt. Ich weiß nicht, bis jetzt haben sie ja nichts, gut, die haben Löwenstein zurückgebracht, aber das war eine Instanz an sich mit dem Zeug. Ich bin mir nicht, aber das war damals auch der Fall. Ich glaube nicht, dass sie Kessex, ich weiß es nicht, vielleicht machen Sie eine kleine Story Instanz da mit rein, würde mich überraschen. Ja, Darkwater genau, die Zuflucht ist, das ist auch noch Story-Mäßig offen, Kessex-Hügel, aber ich meinte halt in Verbindung mit diesem Albtraum, wo gibt es halt eigentlich diese kleine Story noch, die halt auch von besteht. Haben wir sicher vergessen. Genau, ich habe nämlich, glaube ich, hier, mal kurz schauen, ist das, das hier müsste es so viel Video sein, glaube ich. Genau, und das war, wir kriegen ja sicher nächste Woche wieder zum Releasen-Trailer. Natürlich praktisch für uns während dem Podcast dann, das ist natürlich furchtbar. Das heißt, das ist hier offizielle, oft zumindest das Musikvideo ist, so wie ein Wettbewerb, oder? Nee, das scheint wirklich das richtig. Am 29. Oktober kommt das. Als 2000 und, am 22.10.2013. Wow, das ist ganz mal schlecht, wenn die jetzt am 13. rauskommen, ist gerade ein Monat davor, oder? Okay, und das ist das offizielle Video gewesen dazu. Das können wir uns einfach mal anschauen, weil wir kriegen ja sicher ein neues, aber warum nicht? Wir machen halt den Launch-Trailer für die Episode. Wie lange ist es? Beihil, a veil of illusion, dark allies toiled in secret, driven by whispered promises and madness. Unseen by all, they constructed something magnificent, something terrible. it is more than a weapon. It is a monument to fear. Ja, ne, da kriegt man ein bisschen Gänsehaut. Ja, vor allem die erste Szene war halt, waren halt wirklich noch die Kessex-Hügel, wie sie noch voll in Ordnung waren und der Schleier, den man da über dem Wasser gesehen hat. Das war der einzige kleine Brotkrum, den man halt bevor halt bekommen hat, bevor der, das Teaser-Bild kam. Das war alles, was wir an der Information hatten. Richtig, und man konnte halt bis dahin schwimmen und dann wurde dann mal zurückgestoßen oder ist man gestorben? Ich glaube, man wurde zurückgestoßen. Man konnte nicht, weil es war so eine unsichtbare Wand, genau. Ich meine nur zurückgestoßen. Wenn überhaupt, ich glaube, es war einfach eine unsichtbare Wand. Also ein bisschen Kollisionsabfrage reingehauen. es war nicht so, dass du gesagt hast, das könnte gefährlich sein oder sowas. Du hast ja gesagt, okay, irgendwas ist da, aber was? Man sieht auch sehr gut. Keine Ahnung. Und dann ging es ja los, wie hast du ja schon beschrieben, mit den, mit den Kreid-Opelisten, wo man überlegt hat, okay, was haben jetzt irgendwie die Kreid damit zu tun? Was, was ist denn eigentlich so ein Kreid-Opelist? Und, ähm, war eine schöne Zeit. Man sieht auch ziemlich gut bei den Kessex-Hügeln hier, das sind, glaube ich, die Baumstümpfer, also die Bäume sind halt alle nach und nach verschwunden einfach. Also in den Kessex-Hügeln hatten sie tatsächlich noch dieses lebendige Well, also ihr Grundprinzip wirklich durchgeführt. Dass man halt wirklich die Karten, die man kennt, die verändern sich halt im Laufe der Story und die bleiben dann halt auch so. Es ist jetzt gut und schlecht in den Kessex-Hügeln, weil viele Neulinge haben einfach keine Ahnung, was da abgeht. Und das ist sehr verwirrend für viele natürlich auch mit den ganzen, äh, Schrott-Sachen, die hier überall rumliegen. Dann natürlich dieses furchtbare Konzeptart von den Kessex-Hügeln, wo wirklich keiner weiß, was er eigentlich darstellen soll. Er soll den Turm darstellen, aber es ist halt schon ziemlich speziell. Und dann sind natürlich überall noch die, die ganzen Kreid, die da rumstehen, plus Leute vom, vom Albtraumhof. Ja, die Toxischer, ja. Die Toxischer Islands, genau. Und mit diesen kleinen Mini-Events und so ein Zeug und die wissen halt einfach nicht, okay, was soll das? Das sind halt so, so die Nachteile natürlich von der Welt, die dann halt, sich verändert. Das kann man natürlich mittlerweile mit Facing machen, das nutzen sie ja auch im Spiel. Aber zur damaligen Zeit war das halt jetzt noch nicht so. Also sie wollten das ein bisschen anders machen als in World of Warcraft. Und ja, also, ich hoffe, dass man da wirklich außerhalb ein bisschen was sehen kann, weil das Ding war echt wuchtig, wie man hier auch wieder sieht. Das war riesig, das Ding, ja. Es war ja auch innen auch mega riesige Instanz gewesen. Also die, die hatte ja auch ordentlich Vertikalität gehabt, hatte so, ich sag mal, von der Grundfläche nicht besonders groß eigentlich, aber hatte halt ordentlich Vertikalität. Und das, was man halt im Faktalen sieht, ist halt wirklich auch nur ein ganz kleiner Ausschnitt eigentlich aus dem kompletten Albtraumhof, äh, Albtraumturm. Und man muss sich halt auch vorstellen, man hat sich da ja auch nicht alleine durchgekämpft durch das Ding. Du bist halt wirklich mit Hunderten von Spielern hast dich da durchgekämpft, von unten nach oben durch. Das war schon krass. Aber das werden wir halt so halt auch nicht mehr erleben. Das ist ein bisschen schade. Äh, das stimmt nicht. Du musst schon Blogpost lesen. Ach so? Ja, weil, ähm, also hier sieht man immer, das war, glaube ich, auch, war das, ist das Metal-E? Oder, warte mal, ich mach mal kurz an. Das muss, äh, das muss Rock the Nightmare sein. Sehr gut. Ja, okay, die Musik lassen wir kurz weg. Aber das Interessante schon natürlich hier dran ist, dass man einfach noch mal kurz, ähm, den Turm von innen sieht. Das ganze Ding war ja so gestaltet, dass es halt ein Event war, man fängt von unten im Turm an und bewegt sich halt in so Spirale nach oben, also in drei Ebenen. Es gab auch ein paar Folgen und so weiter. Richtig. Das war halt ein komplettes Sack-Event ohne Ende. Ja. Und, ähm, oben gibt's eine Story-Instanz, die könnt ihr übrigens spielen aktuell, wenn, wenn, wenn ihr, also wenn ihr so nicht wissen wollt, um was da geht, eben im Spähbecken gibt's auf jeden Fall die Story entstanden zum Albtraum-Turm. Da kann man also spielen mit Marjorie und Kassner. Von der Spitze, ja. Und das war halt wirklich, wirklich cool, weil das war der Moment, wo, wo sie in Staffel 1 endlich, also, ihren Weg gefunden hatten, also ihren Stil. Die wussten halt wirklich, was da, also was sie machen wollten und es war nicht leicht, da oben mit dem Squad hochzukommen, aber das ist etwas, was sie zurückbringen wollen, also das wird so ähnlich sein, wie wir Drachensturm, das wird eine Instanz sein, die man entweder mit dem Squad, mit dem Einsatzdruck machen kann oder halt mal öffentlich reingehen, also so wie die Marionette zum Beispiel. Ja, und dann, dann, dann habe ich nur eine Forderung, wenn das jetzt wirklich so kommt, also bitte, bis, bitte bessere Belohnungen als die Marionette. Ja, das ist der Haupt, ich, ich würde empfehlen, ich würde auch, glaube ich, nachträglich das Ganze noch machen für, für die Marionette einfach. Ich würde Aureens legendäre Sachen, Ding Bums, da würde ich da truppen lassen für die Legendaries einfach, weil es ist eine weitere Möglichkeit, das Zeug zu verdienen und die Leute würden den Kunden einfach spielen. Das macht einfach Sinn. Ja, aber bringt halt aber auch nur für die Leute was, die halt auch End of Dragons besitzen. Ja, die sollen die Leute halt allgemein bekommen und haben sie halt schon was gesammelt, wo ist denn das Problem? Können sie halt die Waffen nicht bauen, aber es sollte auf jeden Fall was geben. Also kein Stuhl oder irgendwas, sondern halt wirklich, wo du halt farmen kannst. Ach, warum denn nicht? Gib mir einen Stuhl. Ich sollte es jetzt so machen, wie es in den Dungeons ist. Eine Infusion, was soll's? Schon wieder, ja. Eine neue Infusion. Infusion ist mit das Schlechteste, was du machen kannst im Spiel als Motivation. Ich hab nicht gesagt, dass ich das, äh, Okay, okay. Ja, du, du, du sammelst ja immer noch jeden Sonntag deine Chuck-Infusion hoffst du drauf. Ja, eigentlich, eigentlich mach ich das halt einfach nach dem Worte, ich weiß sowieso, dass ich das wieder nicht bekomme. So, so spiel ich eigentlich das Spiel. Genau. Das ist mir eigentlich ziemlich egal. Ich freu mich dann über, ähm, ich bin tatsächlich schon inzwischen, weil ich so desillusioniert bin, bin ich schon froh, wenn ich wirklich was Exotisches mal getroppt bekomme. Aber ich schon mega hätte. Das sieht immer noch richtig gut aus, dafür dass das 2013 war. Das ist schon krass. Oh ja, da unten, die ganzen Gift-Dinger, ich glaub, die ganzen Pflanzen haben auch Gift gemacht. Das war auch. Ja, da hatte man auch noch extra den neuen Heilskill gehabt. Ja, wohl ich, genau, richtig. Da wollte ich grad drauf gehen, äh, drauf, äh, ja. Darauf eingehen. Danke. Ja. Den sie ja irgendwann entfernt hatten und so weiter. Es war aktuell der einzigste Skill im Spiel, den man nur, ähm, ja, das war der einzigste Skill, den man neu dazubekommen hat. Wenn ich mich nicht irre. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile gab's noch mal was. Ich glaube nicht. Nein. Aber das war der Heilskill. Wir hatten halt die Rassenskills, die halt irgendwie so im Special Place hatten und halt diese eine Skill und sonst eigentlich gar nix. Und dann später kam halt erst die Elite-Spezialisierung dazu. Das muss man halt auch noch sehen, ne? Das war die Zeit vor Elite-Spezialisierung. Ja, der war, der war allerdings auch nötig, weil, ähm, man wird in dem ganzen Turm und man hat auch vergiftet. Da hat ein Gift-Debuff bekommen und durch den Heilskill konnte man das Ganze machen. Es war ein Versuch von denen, der halt nicht aufgegangen ist. Ähm, ja. Ist vielleicht auch besser so, weil sowas ist schwierig. Weil das Problem war auch hier wieder, wenn ihr nicht da wart in dem Monat, wo der Turm der Albträume kam, gab's den Skill halt nicht mehr. Und dann hatten Leute extra Skill, deren Vorteil vielleicht machen konnten. Das heißt, die mussten den Content so produzieren, der den Skill halt nie, nie nötig. Ach so meinst du es so. Ja, ja. Der Skill war eigentlich, ich muss überlegen, ich glaube, es gab eine ganz kurze Zeit, wo der Ingenieur da mitgespielt worden ist, weil der Ingenieur halt immer noch den Vorteil hat, dass er ja immer Werkzeuggürtelskills bekommt, je nachdem, welche Skills er hat. Den Skillen hätte er auch für den Heilskill. Und in dem Fall haben sie dann halt auch extra für diesen Skill auch ihren Werkzeuggürtelskill eingesetzt. Und ich glaube, der war gar nicht mal so schlecht gewesen. Eine kurze Zeit war das tatsächlich, glaube ich, Teil des Metas gewesen, als man diesen Heilskill gespielt hat. Oh mein Gott. Aber irgendwann, dann haben sie es genervt und irgendwann haben sie ihn halt entfernt, weil es halt einfach keinen Nutzen hatte. Das Ding war halt wirklich nur wirklich geeignet für diesen Albtraumhof, für diesen Albtraumturm, ich sag mal Albtraumhof. Ja, ja, für den Content halt. Weil, weil er halt, man hat halt Gift bekommen und das war halt in dem Fall halt ein Special Debuff gewesen. Also kein normaler Gift-Condition und Zustand, sondern halt nochmal ein Special-Special-Gift-Zustand. Der wurde dann halt eben damit entfernt, wenn ich mich redet. Das war aber nicht die Halluzination, die da drin vorkommen, oder? Bei der Tokischen Allianz gibt es ja ständig diesen komischen schwarzen Effekt, wo dann irgendwie alles so negativ wird. Ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, das war nochmal an einer anderen Stelle dann gewesen. Das war vor allem beim Endgegner gewesen, wo man diese Felder gehabt hat, wenn man drin stehen geblieben ist, dass dann diese ganzen Funktionen dann gekommen sind und so weiter. Schau mal hier, genau, das war der Content. Ach, stimmt, stimmt. Das war der Content, wo es, äh, der, glaube ich, zwei Monate ging oder eineinhalb Monate ging. Bin mir nicht mehr ganz sicher. Das ging auf jeden Fall länger, richtig, genau. Weiß ich es nicht mehr. Nee, weil es gab, nachdem das Ganze fertig war, nämlich nochmal was danach. Also es gab nochmal sozusagen die dritte. Ja, die Spitze oder so. Nee, nee, es gab am Anfang halt was passiert in der Umgebung mit dem ganzen Zeug. Dann hier den Sturm auf dem Turm. Wieder hier auch der Zwölfte. Also zwei Wochen später kam dann halt dieses Zergi-Wert, wo man zwei Wochen lang im Turm nach oben rennt. Und, ähm, ich glaube, da war die Story-Chance aber schon drin. Oder, oder die kam erst beim dritten Ding und beim vierten gab's dann nochmal diesen Epilog. Jetzt war auf jeden Fall länger. Ich weiß, der Content war länger. Müsste ich jetzt wieder im Wiki nachfragen. Ich weiß es nicht. Es spielt keine Rolle. Ähm, ich bin eher gespannt, was wir jetzt eben nächste Woche dann alles erwarten können, wenn du sagst, dass wir dann wieder ein Event da geben im Turm und so weiter. Ich befürchte halt nur, dass es halt wirklich so ist, dass wir das gleiche Problem haben, vielleicht wie bei einer Marienette. Kommt halt, es kommt auf die Belohnung drauf an. Ich kann mich halt vor allem nicht dran erinnern, dass der Albtraumturm irgendeine special Belohnung hatte. Ich weiß, dass es einen Erfolg gab, mit dem man den, den einen Rücken bekommen hat. Ähm, also nicht die Spore. Die, die war tatsächlich, glaube ich, ein Zufalls-Drop, aber inzwischen gibt's, glaube ich, auch über den, äh, über das Festival für Winde, glaubst, gibt's auch einen Weg, um die Spore zu bekommen. Das war aber nicht die gelbe Pflanze, oder? Das war eine andere, wo richtig eine Spore war. das war so eine richtige Spore, die halt über deiner Schulter ein bisschen, äh, bebt hat, als Rückenteil. Ich meine, gibt's tatsächlich in den, äh, Fest der vier Windekisten drin. Bin ich täuscher. Gut, also bei der Belohnung hier auf jeden Fall gibt's, ähm, die Gegengifthandschuhe. Das ist ein neun Skin. Das, das haben sie hier schon geschrieben. Ähm, was haben wir sonst noch hier? Ja, genau. Gemeinde mit Marjorie und Kasmer, den dunklen Turm. Genau, ich bin mal sehr gespannt, wir achten da drauf, da reden wir nächste Woche drüber, ob, ob sie den Dialog mit Marjorie und Kasmer da geändert haben, oder ob sie dazu stehen. Welchen meinst du? Wo Kasmer gesagt hat, dass sie keine Kleidung trägt, und ihre Kleidung nur Illusion ist, und so rennt sie durch den giftigen Turm. Ach so. Ja. Ja, ich, es war halt so ein Produkt von 2003, obwohl, wohl, mittlerweile machen sie genug schlüpfrige Sachen. Ich könnte mir das schon zutragen. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, das ist nicht mal schlimm. Implikationen sind halt üblich, weil du siehst, so ein einziges komplett mit Don, da hatten wir ja auch spekuliert, dass er da irgendwie eine Verletzung hatte, und vielleicht in der nächsten Episode sterben könnte, oder so ein Zeug, ich weiß noch. Das war so eine wilde Zeit. Alles wegen so einem kleinen Gag. Ja, da gab's. Ja, auf jeden Fall bin ich mal gespannt. Also, wie gesagt, Inchanteder Gruppenkampf, und, ja, schauen wir mal an, wie das Ganze wird, und wie die Story halt ist. Ich nehme mal an, dass es trotzdem wieder das gleiche Prinzip sein wird, in der Art und Weise, wie sie halt die anderen Episoden jetzt gemacht haben. So, vielleicht so drei Instanzen oder so in der Richtung. Mal schauen. Auf jeden Fall war das der Moment, wo es interessant wurde. Gut. Da schaust du mal, was man alles aus so einer kleinen News rausbekommen kann. Ja, also, ich habe das tatsächlich im Blogpost kurz überlesen und habe genau den Absatz übersehen. Das macht ja nichts. Ich meine, dafür hast du ja nicht, wenn dir die Themen gestimmt. Ich bin beeindruckt von mir selber, weil ich habe extra drüber geguckt, in der Hoffnung, dass vielleicht noch irgendwas cooles drinsteht, und du saß nur da, ah, steht nichts drin. Ah, zu gelesen. Gut, ähm, dann kommen wir, hier zum, äh, ja, Miedenkrieg nochmal zu dem Treffen in Köln und Zettel. Da gibt es ein paar Bilder, das können wir relativ zügig durchmachen. Kennen wir im Prinzip schon. Ähm, ja. Aber das ist auch kein Problem. Das ist nochmal zur Kleinigkeit, dann haben wir das Thema natürlich auch abgeschlossen. Also, hier gab es von Bobby Stein natürlich noch ein paar Sachen. Da war Bobby Stein hier mit Larranty. Ja. Irgendwo in Deutschland im Hintergrund. Nee, 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 noch nicht. Also, mal in klein. Nee. Du, 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 du siehst mich sofort. Ja, da, ja, ja. Wie schockt er. Und ich, ich hab vor allem, ich hab, ich hab halt so die, die Bilder gesehen auf, auf, äh, Give Us 2 Twitter-Account und so. Und hab mir gedacht, ha, hab ich's wieder mal geschafft, ungewollt, jeder Kamera zu dodgen. Und dann seh ich die Bilder von Bobby Stein und dann, ha, hab ich mich doch glatt geirrt. Ich glaub, der müsste sogar am Hubschuh so strengen. Was ist los mit dir? Ich war, keine Ahnung. Konzentrierter aufs Gewinnspiel vielleicht. Also, sie sagt ja, es gibt, glaube ich, keine Bilder, wo ich auch irgendwie lachen kann oder so. Ich meine, könnte sogar sein, dass Bobby noch anders... Wirklich so groß, ehrlich gesagt, Alter, ging halt zur Kamera her. Das ist so... Na, dankeschön. Ich glaub, es gibt, bestimmt hat er noch ein Foto von mir gemacht, was, was hier jetzt nicht, dabei ist. Müsste ich mal kurz durchgucken. Ja, guck, das ist ja nicht so dramatisch, ob du jetzt drin bist oder nicht. So wichtig bist du jetzt auch nicht. Nee, aber er hat halt ein Foto von mir gemacht, vor dem Event, kurz vorher, wo ich mir gedacht hab, oh, dann muss ich später mal gucken, ob er das irgendwo gepostet hat eigentlich. Aber da auf dem... Ist Gamescom? Wo? Was? Nee, 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 das ist nicht Gamescom. Das dachte ich auch zuerst, dass das Gamescom ist. Du kaufen oder was ist das? Dann hab ich... Ähm, das wird wahrscheinlich irgendwo bei Seattle sein, halt eben. Keine Ahnung. Ach, ist das ein Seattle-Event? Okay. Ja, ich nehm's mal an, weil... Oh, ja, entschuldige, ein bisschen mehr los hier. Okay. Die restlichen Personen, die dort ja sind, das sind ja alles noch Entwickler und ganz so viele Entwickler waren dann doch nicht in Köln. Ich stell grad fest, holy shit, warum retweetet oder retweetet Bobby Stein so viel? Was ist denn da? Nee, ich bin gar nicht bei Bobby Stein. Ich hab nicht den Bobby Stein-Account durchgescrollt. Ja, ja, ich libe, auf jeden Fall sieht man hier, ich weiß nicht warum, da gab's ein Time-Sips gemacht, das ist doch das Schwert von Ryland, oder? Die Säge da? Die Flammenwerfer-Ding, die Bunsenbrenner-Säge da? Oh, die halten das nicht mehr. Ich hab keine Ahnung, das Ding, wo die eigentlich alles wegäzen müsste, weil's so heiß ist. Das Ding, was mir immer noch nicht gedroppt worden ist, also, Gibt's denn da, ist fasziniert. Ja, gibt's mehrere Fassungen. Oh, der Moloch zum Beispiel hat den Haschel. Moloch besitze ich tatsächlich, aber nicht so cool mit der Actionfigur, das hab ich tatsächlich mit der Actionfigur am Moloch, der fand ich großartig. Ja, und Gild war zwei Gläser, wir kommen mit Baldassadra. Okay, wahrscheinlich noch Überbeispiel von, ein paar Fassungen. Ich meine, das war eine Sache, die es auch bei Vorfans, bei Fans zu kaufen gab. Ach so, okay. Also, die hatten da auf jeden Fall mal Trinkgläser gehabt. Ich bin nicht täuscher. Interessant ist ja auch, dieses Konzept hat wieder von, von Neukai-Nengstadt, wo sie einfach das Farbige jetzt hier dunkel runter reduziert haben und das Pferd vergessen haben, wieder durch den Wolf auszutauschen, was sie später ja gemacht haben. So am Rande. Gut. Ähm, dann haben wir hier noch mal kurz das Köln-Event. Wie gesagt, da gehen wir ganz schnell einfach mal so, so, oberflächlich durch das Land. Ja. Haben wir letzte Woche ja schon gesehen. Guck mal, das sind ja noch mehr Bilder, da ist das im Set, ja, gesehen. Ein bisschen, ja. Flicker. Ich wusste gar nicht, dass es Flicker überhaupt noch gibt. Ich dachte, das wäre jetzt gar keine Sache mehr. Doch, sie nutzen das. Das sind zum Beispiel auch die ganzen Artworks von uns Kreativpartner. Ah. Ja, genau, da haben wir noch mal Daniel Duceo und, ähm, Robby Stein und das ist dieser Aaron Copley. Genau. Ah, das ist unser Art Director übrigens hier von Guild Wars 2. ich kannte ihn ja tatsächlich nicht. Der stand da und dachte mir, aber was ist das eigentlich für ein Dude? Es ist der, wo die Concept Arts, glaube ich, äh, die, die, die Ladesbildschirme immer macht. Ich kannte ihn tatsächlich nicht. Ich kannte ihn überhaupt nicht. Der ist wichtig. Da stehe ich ja auch schon wieder im Hintergrund, das ist ja furchtbar. Ähm, macht jemand einen Char wahrscheinlich. Doch mehr Fotos von mir, als ich dachte. Weil wichtig. Von dir gibt's ja auch Bilder. Von mir, ich war gar nicht vor Ort. Da kann's nix gehen. in dem Fall war's, äh, dann ist es wieder Paul und dann hier, ich glaub's. Genau. Ja, darüber. Ich hab, das ist Rena, oder ist unsere, unsere Rena, unsere Community. Ja, 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 ja. Ah, genau. Das ist Wasburg übrigens, der hat es auch getwittert bei sich. Wasburg hat tatsächlich einen Ritlock bekommen. Warum habt ihr mir das nichts gesagt? Wasburg hat wohl abgeräumt? Ähm, äh, was? Wasburg hat einen Ritlock geworben? Ja. Was für eine Ritlock? Ich mein, schon Charlie. Collect Edition. Nee, kein Charlie, hat auch ein, Collect Edition bekommen. Hat er, hatte. Ich weiß, dass ich, nee, 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 wenn ich's grad richtig im Kopf hab, nicht Wasburg hat's gewonnen, sondern ein sehr guter Freund von Wasburg tatsächlich. Aber er hat's abgeholt, oder? Ist doch Wasburg, oder? Oder nicht? Das Bild, was wir grad sehen, das ist, äh, Wasburg, ja, aber Wasburg hat was anderes gewonnen. Ah, ich muss, ich weiß nämlich, ich hab das nämlich gesehen, ich find den, den Tweet jetzt nämlich grad nicht. Werden das Fakes aber bei uns gemacht? Mensch, ah, immer wenn's grad interessant ist. Ja, ich müsste da, warte mal, ich geh noch mal kurz rum, wir gucken das jetzt live hier, ich hab ja was, ich folge mir auf Twitter, was jeder andere ja auch machen sollte, weil Wasburg ist cool. Ah, nee, nicht mal. Ja, es gibt sogar Flickern noch, okay, da gibt's sogar noch ein Weiterspieler, ich einfach weitermaps. Okay, oh Mann, einmal mit Profis. Okay, das war grad das nächste Bild, ich bin ja auch so. Ja, es ist doch, es ist doch der Charlie, oder? Ich seh, ich seh noch nix. Okay, Moment. Ah, doch, ja, stimmt, hat er doch die Kollektionskümer. Ach, was weiß denn ich? Ich weiß nur, dass er hier gescheitert hat, lol, und dann das BW sich, also total. Deswegen, okay, ist ja in Ordnung, ich mein, ich freu mich für ihn, das ist doch schön. Ähm, ja, da gab's eigentlich hier, wo ich das Kollektor hatte schon gewonnen hat. Geil, Leranity ist wirklich, Leranity ist wirklich groß, als ich vor Leranity stand, da musste ich auch erst mal hochgucken. Äh. Ach, sehr schön, da können wir auch noch mehr Fotos machen. Ah, Puppe steigen. Ich hab allgemein so einen Eindruck, dass Geil, wobei zwei Fans wirklich hochgewachsen sind. Das war so, das war so meine, mein Consens aus, von dieser Feier tatsächlich, dass irgendwie alle größer sind gefühlt, als ich. Hätte ich vor Ort sein müssen, weil ich bin nur 1,70 Grad. Ich bin nicht groß. Ich fühl mich aber normalerweise auch gar nicht klein, aber auf der Feier, ich weiß nicht, was da los ist, aber da hab ich größtenteils wirklich nach oben geguckt. Na gut, bei Rena musste ich mal runtergucken. Aber okay. Die Deck, die, die macht ja gar deinen Partnerstatus, sag ich mal, die hat überbraucht. Okay gut, alles klar. Das war auf jeden Fall das Cool Event und dann gab's natürlich auch das In-Event in Settle und das ist halt interessant, weil darüber wissen wir eigentlich gar nicht. Irgendwann mal kurz durch. Hat irgendjemand sich ein Tattoo gemacht? Wahrscheinlich kreitisch, oder? Das musst du getan haben. Das könnte sogar Auraianisch sein. Das könnte sogar Auraianisch sein. Ja, weiß ich jetzt nicht. Interessant ist, dass hier wenig neue Maskenarten nur in Deutschland. Ja gut, wir waren auch in unserer freien Himmel. Wenn du später guckst, die Bilder unter freien Himmel, da tragen die Leute dann auch keine Maske mehr. Ja, aber schön zu sein, dass Ruby besser geht nach ihrer Corona-Infizie. Ah, könnte man sich hier Merge abwohnen, anscheinend? Ja, anscheinend. Also so, wie die Bilder für mich aussahen, konnte man dann wohl an einem Rad drehen und das Rad hat dann im Grunde entschieden, was man gewonnen hat. So eine Art Kovito-Rad. Ja, ich wollte es gerade sagen, wir haben dein Rad erkopiert von deiner Show. Okay, von deiner Show am Sonntag. Okay, alles klar. Sehr schön. Kann ich da mit den Pfeiltaschen noch vor? Ja, natürlich. Angenehmer gerade. Ja, glaube ich dir. Gut, gehen wir mal ein bisschen weiter. Viele Charlys hier. Die kriegen wir auch nur noch auf solchen Events, oder? Ich glaube, kaufen kann man die gar nicht mehr. Ich glaube, die verteilen sie wirklich nur noch. Weil die werden halt auch nicht mehr hergestellt, soweit ich weiß. Genauso wie halt der Toaster. Und es gab ja tatsächlich... Ja, ich glaube, das ist... Die gab es zum China-Release, meine ich. Passt auch gut zur Kanter, nur so am Rande. Meine ich, ja. Ja, da sind die Gläser. Ich finde die Kappe eigentlich auch ganz cool, die Perfor-Fire-Kappe da nehmen. Hm? Rechts von den... Oh, die könnte ich gebrauchen. Ich brauche wieder mal eine neue von da her. Ach, die Glätze. Ja gut, das ist das kleine Zweck-Paket da hinten von Perfor-Fire. Das kennen wir noch von Köln. Das kennen wir tatsächlich von Köln, aber die Gläser halt nicht. Ähm, ja. Es gibt coole Geschichten. Die könnten wirklich von Fans bei Fans sein. Ich glaube, darüber hatten wir wirklich berichtet. Ja, da ist ja dein Burrito-Rat. Ja, ja. Plushy. Plushy. Puff-of-Fire-Haut. Vielleicht noch ein paar Ideen für mein Burrito-Rat. Du gehst da hin und willst das Kuscheltier haben und dann kriegst du einfach so ein Fächer oder irgendwas. Oh, Pech. Der war, glaube ich, eine Schnitzeljagd, die du da eben gemacht hast durchs Ziertel. Und ich nehme an, das war dann die Endstation. Ah, die Belohnung dann sozusagen davon. Genau. Das macht Sinn. Ja, sehr gut. Genau, die Aufklärer, mega cool an der Stelle tatsächlich. Boah, schau mal, das ist doch geil, oder? Für uns hier. Das sind so die Originalplakate hier. Vom Spiel, so Werbeplakate. Das ist ja das Silvari-Hein, genau da vorne. Hier Soja, der Klassiker. Oh, das ist auch cool. Mega coole Geschichten auf jeden Fall. Wir hatten nicht so viel verschiedenes Zeugs, wie die halt. Aber man muss halt auch sagen, das ist halt das Headquarter, ne? Wenn es so geht, die Welt. Die lassen sich nicht lumpen hier, Gott sei Dank. Da musst du nicht so weit transportieren. Musst du es nicht irgendwie durch einen Zoll noch schmuggeln und so weiter. Äh, was ja tatsächlich in Europa das Problem ist. Oh, wenn die jungen Fans hier. Ich kann euch auf jeden Fall empfehlen, wenn es euch noch weiter interessiert, könnt ihr auch mal selber das ganze Album mal durcharbeiten. Okay, das sehen jetzt die Audio-Zuhörer nicht, aber da hat jemand ein, ähm... Eine Pylone auf dem Kopf. Danke. Eine Verkehrspylone. Danke, ich wusste jetzt nicht, wie das Ding heißt. Verkehrs... Dings... Genau. Okay. Toxic und Elitist. Ich wüsste schon dann, wenn ich das schicken würde in United Kingdom. Ein Lippenstift ist es okay. Okay, alles klar. Okay, kommt vielleicht nicht sicher. Ähm, ich glaub, es ist Stefan. Das müsste Stefan sagen. Oh, Roy, das ist Roy. Stimmt, Roy, der ja jetzt ein Dev geworden ist von ArenaNet. Ja. Der hat ja auch mit Mighty T-Bot, glaub ich, einen Shoutcast vor kurzem jetzt gemacht, einen PvP. Ich weiß, ehrlich gesagt, gar nicht, was seine Rolle ist bei ArenaNet, ehrlich gesagt. Weiß ich jetzt grad gar nicht. Im Game Designer, glaub ich, war es erst kürzlich. Irgendwas wurde da anders genannt jetzt. Ähm... Ah, da konnte man sich immer stimmen. Ich hab gesagt, überhaupt nicht. Bilder gibt's auch. Das ist cool, wenn jemand das zeigt. Ähm, Katzen hatten sie auch. Was haben wir sonst noch? Ich glaub, da gab's auch noch Bilder von draußen, oder? Oh, ja, das ist die, von dem wir ja auch schon die Interviews hier hatten mit den Devs. Ja. Genau, den hatten wir im Podcast ja schon mal angekommen, genau. Auf einigen Bildern taucht der dann noch auf. Mit Roy zusammen, perfekt. Das ist groß. Genau, das ist jetzt außerhalb von dem Zettel. Das sieht schon, das ist am Meer. Nee, die haben ein See da. Die haben ja kein Meer, oder? Nee, warte mal, liegt Zettel direkt... Achso, die haben einen Hafen, soweit ich weiß, gell? Oder so ein bisschen? Ja, die haben einen Hafen. Aber sind die doch am Meer, oder? Irgendwann schließt er am Meer an. Ich kenn's nur von Last of Us Part 2. Also von Teil 2, da ist mein Zettel unterwegs, aber da ist alles kaputt mit Fungus und mit Grün und Regen. Lass mich kurz nachschauen. Ja, so... Ja, klar. Ja, es ist halt Bucht-Area, ne? Also du hast halt ganz viel Bucht halt an der Stelle, die irgendwie mit Inseln durchzogen ist und so weiter. Ich glaub, es ist eine teure Stadt, aber man, die ist halt schon, die ist halt schon schön. Eine von den Städten, glaub ich, in den USA, die ausnahmsweise mal modern sind. Ah ja, genau, da, da ist der ganze Zweck hier, da. Da gibt's Joja-Plüschi, ich hätt sogar ein Joja-Plüschi, wenn ich ehrlich bin. Alles halt Vor-Fans-by-Fans-Geschichten eigentlich. Ja, ist richtig. Ist natürlich teuer, wenn wir das bei uns bestellen. Schau mal, hier gibt's Aurin nochmal. Also die bieten auch den Aschenbecher an hier, find ich schön. Ups, Schale, bitte. Den Aschenbecher einfach cooler, weil es flaschig schmilzt. Für mich ist natürlich immer noch der Aschenbecher der Graikatorik aus China, weil er unten so eine Mulde hatte, die sich wirklich als Aschenbecher geeignet hatte. Aber wirklich cooles. Die Blüschi sind echt gut, die Collect-Leute schon her. Da gibt's schon einiges. Und auch Nikes, ne? Einfach, dann gibt's zwei Nikes. Oh, das ist dann was für die Leute, wo sie es in den Schrank stellen. Oh, da hat jemand ein Jar-Cosplay. Wow. Ja, hatten wir ja auch schon auf der Gamescom gehabt, tatsächlich. Jar-Cosplay. Da muss ich sagen. Das ist, in dem warmen Wetter sowas zu tragen, Hut ab. Ja. Definitiv. Ja. Ach, siehst du, unsere Nied-Rated-Directorin? Ja. Wie heißt jetzt der Name wieder? Oh mein Gott. Ach, wieder vergessen. Namen sind schall und rau. Ja, aber das ist auf jeden Fall jetzt diejenige, die zuständig ist für den Guild Wars, für das Narrative, genau. Wow, für End of Dragons. Wie fällt der Name aber ja nicht ein? Das ist so furchtbar. Oh, den kennen wir auch. Ist das nicht true sogar? Ja. Das ist Matthew Medina da hinten, da kennt man. Das müsste zu sein, das ist der, wo für die Sounds zuständig sind. Ich war mit McLean-Dima im Stream auch. Ist das nicht barefoot? Ja, ja, das ist Matthew Medina, der ja gefeuert worden ist, mehr oder weniger dann, oder freiwillig gegangen ist und jetzt wieder zurückkam dann. Der kümmert sich auch um Guild Wars. Na ja. Genau. Und, ja, ist doch cool. How about. Ja, das ist doch schön. Also, die haben ein gutes Event gehabt, das ist eine schöne Sache. Gibt's noch mehr Bilder? Ah ja, da gibt's noch bitte. Das ist das Star-Bild hier mit Rylans Säge, da ist einfach gut, passt, oder? Gut. Genau, Indigo-Buch, ja. Vielen Dank. Indigo, danke, danke, genau. Ja, manchmal liegt es einen auf der Zunge, aber man weiß einfach nicht, wie sie. Ich bin, ich wäre ehrlich gesagt jetzt nicht draufgekommen. Dank mir nicht mal auf der Zunge, ehrlich gesagt. Ja, alles klar. Gut, dann haben wir das auch. Deswegen sind genug Bilder. Das ist eine schöne Sache, wirklich. Also, ich hab jetzt übrigens auch auf, ich glaub auf Reddit war's halt auch so allgemein. Viele sind halt extrem traurig. Zum einen, weil's kein, eine Geburtstag oder kein Jubiläums-Sale gab bis jetzt. Oder ein Jubiläums-Stream. Richtig, genau, das ist der nächste Punkt, weil es gab überhaupt nichts. Ich mein, es gibt also die Art-Shows von uns, gibt's aktuell halt gar nichts auf dem Kopf. Also, dass es keinen Geburtstag-Stream gab, weil, ich mein, es macht Sinn. Ruby hatte Corona, ja, also, klar, dass sie nix machen kann, aber, ich mein, es gibt ja noch andere, die einfach, ich mein, sie macht ja den Stream, die schallt ja nicht ein. Das macht ja, glaub ich, Mark heißt der, wo immer dafür zuständig ist. Du hättest einfach, du hättest einfach ... Game Director hinsetzen können und Roy und Co. und fertig. Nee, noch viel, viel einfacher, du hättest den Blizzard-Move machen können, den sie immer zu Weihnachten gemacht haben und einfach Colin Johansson vor einem Backofen, der grad läuft, hinstellen und einfach den in die Kamera gucken lassen können. Die hätten einfach den Blizzard-Move machen können. Jeder wär happy gewesen. Mehr hätte er gar nicht machen müssen. Ja, und die Leute hätten sich alle hingeguckt, hingesetzt und hätten die Augenblinzler und Atmer und so weiter analysiert, um herauszufinden, ob da irgendwie ein Morse kurz ist. Ja, das ist doch, das ist doch, das, warum sollte man sowas nachmachen? Blizzard klaut schon den Greif, man muss jetzt halt unbedingt von Overwatch was klauen, was schon mittlerweile verjährt ist. Aber klar, sie hätten Jepro doch das machen lassen können. Deswegen Backofen. Deswegen Backofen. Oder Rook. Ja, es hätte eine Menge gegeben können. Jepro wohnt in Ziertel, der ist doch befreundet mit den Devs, der hätte da hollende Probleme damit was machen können. Man hätte eine Menge machen können. Also, das war eigentlich halt wirklich, also man hätte wirklich mit wenig Aufwand wirklich coole Streams machen können. Ich weiß nicht, warum man das nicht gemacht hat. Genau. Vor allem, weil halt zehn Jahre halt wirklich ein krasses Jubiläum ja eigentlich ist und so weiter. Es wäre ein Moment gewesen, wo man den Game Director mal, den Crowd schon mal ein bisschen mehr in den Vordergrund hätte bringen können. Gut, ist wie es ist. Ich meine, wir könnten spekulieren darüber. Oder ein bisschen mehr Ausblick vielleicht in die Zukunft gibt. Ja, also ein bisschen mehr als, ja. Ein kleiner Blogpost. Wir arbeiten da was. Was weiß ich. Interview. Einfach mal ein Artwork rausschmeißen. Ja gut, hatten wir ja auf der Roadmap da mit keinem Denken schon wieder. Aber das ist ein älteres, was ja anscheinend für Content allgemein war. Die wir ja rausgefunden haben. Ja, ja. Deswegen sage ich es ja vielleicht eins, was auf kommenden Content hinweist. Vielleicht eine Artwork, wo wir einfach sehen, wie Kasmi und Marjorie heiraten. Jeder wäre happy. Aber Peachy würde durchdrehen. Ja, aber ich sage gerade, das ist mega happy gewesen. Deswegen war ich da ein bisschen von den ganzen Geburtstagen so ein Stück weit halt enttäuscht. Dafür haben wir halt mal ein paar andere coole Sachen gehabt, was wir halt bisher nicht hatten, wie Twitch-Drops oder einfach mal ein Stream-Release. Stell dir vor, man hätte Twitch-Drops gehabt und ein Geburtstags-Stream, der zehn Stunden gegangen wäre. Ja. Und du hättest alles da in dem Stream mitverdienen können. Gut, wenn das nicht schlecht für die anderen Kunden den Creator gewesen wäre. Ja. Möglichkeiten gibt es genug und mittlerweile haben es ja auch genug Leute, die, ich meine, Rook hätte es auch machen können mit Chatbot zusammen. Die machen schon einen Podcast und die hätten einfach fertig. Das hätte funktioniert ohne Probleme. Du hättest noch nicht mal vor Ort in Seattle das machen müssen. Also Möglichkeiten gibt es. Nee, hättest du auch alles remote machen können. Richtig. Naja, es ist nichts. Wir sind halt nicht Teil von Arena. Ja, wir sind nur Deutsche. Wir können da nichts. Unser Englisch ist nicht Yellow from Zach. Ja, sie. Gut, wie gesagt, da gab es noch dieses Interview mit Bobby Stein und Aaron Koberly. Da war wirklich nicht viel drin. Das ist eigentlich jetzt nur ein Podcast mit, damit ihr halt informiert seid, da gab es was. Gehört hat, dass das existiert. Okay, fertig. Nee. Also im Prinzip reden sie halt so ein bisschen, wie das Gefühl darüber war, wie das zehnte Jubiläum jetzt ist und wie sie sich fühlen. Und natürlich beide sind sie natürlich dankbar, dass sie jetzt schon so viele Jahre daran arbeiten können. Und ja, dass es Leute verbindet oder was macht zum Beispiel den Erfolg von Guild Wars 2 aus. Bobby sagt zum Beispiel, okay, das liegt an den dynamischen Events, am Kampfsystem, vielleicht aber auch eher dran, weil alles vertont ist im Spiel. Das ist ja auch etwas, was nicht Standard ist. Ja, nach wie vor nicht Standard ist, tatsächlich. Vor allem der eigene Charakter, der also zehn verschiedenen, also unser Charakter hat im Prinzip zehn verschiedene Synchronsprecher. Plus natürlich nochmal in den anderen Sprachen. Hier sind zehn Mann und Frau, das sind fünf Kassen und jeweils zwei Geschlechter. Das sind zehn Synchronsprecher, immer nur für unseren Commander. Oder für unseren Kommandeur, müssen wir auf Deutsch. Ist Commander kein deutsches Wort? Ist wirklich Kommandeur? Immer Kommandeur, ist irgendwie so. Kommandeur auf ein Wort. Ah, das endet nicht gut. Oh Gott, die aktuelle Art. Okay. Oder dass das hat dann der sterilisierten, sterilisierten ist glaube ich total verkehrt, der serialisierten, sagt man, an der Art von Storytelling liegt. Also dass es verschiedene Episoden und so weiter gibt. Aber das ist jetzt auch nicht so etwas Besonderes machen die anderen Memos genauso. Also es ist schwer zu sagen, was genau ist. Einfach, dass es ein gutes Spiel ist, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ich glaube, was wir dann noch ansprechen, ist so ein bisschen, dass es halt gilt, was sich dadurch auszeichnet, weil halt sehr viel Wert auf Kreativität gelegt wird. Und dass halt auch die Story, Bobby sagt, die Story wird halt im Spiel erzählt, also nach Guild Wars 2 Classic sozusagen, wird sehr erzählt, dass wir aktiv mit unserem Charakter laufen können. Und da passiert die Story. Und nicht, wie es vorher war mit dem Portrait, so ein Zeug zum Beispiel, dass sich es weiterentwickelt hat. Dass zum Beispiel sehr viel auf Kunst, auf die Cinematics und so weitergelegt, das ist sehr... Sie wollten im Prinzip, ich glaube, das war das Interessante, was ich gelesen hatte, Sie wollten im Prinzip, ähm, ja, ein lebendes Gemälde erschaffen mit Guild Wars. Und ich glaube, das Grundspiel passt da perfekt dazu. Irgendwo hatte ich irgendwas gelesen, ich glaube, es war von wegen, sie hatten vor, ein Elder Scrolls Multiplayer fähig zu machen oder so. Irgendwas Wildes habe ich gelesen, auch irgendwo. Was? Okay, das habe ich zum ersten Mal. Das war auch irgendwo ein wilder Kommentar, den ich dazu... Vielleicht finde ich es gleich nochmal. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, wo ich es gelesen hatte. Mhm. Gut, dann such du mal weiter. Was haben wir sonst noch? Ja gut, und ansonsten halt, wie sich halt alles entwickelt hat, wie Staffel 4, Staffel 5, Iceboots Saga und wie halt End of Dragons jetzt zum Beispiel war. Wie sie da die Story gemacht haben. Auch das ist alles Sachen, was man im Prinzip kennt. Interessant ist natürlich, wie sehen jetzt, wie sieht jetzt die nächste Dekade von Guild Wars 2 aus? Und da hat Bobby natürlich dann auch gesagt, okay, ähm, als erstes natürlich der Steam Release, der natürlich jetzt neue Spiele reinbringen und der da ziemlich interessant sein wird. Und dann natürlich, dass es jetzt in Kanta eine neue Karte geben wird, wo die Story weitergeführt wird. Und zwar wird es in der nächsten Episode, oder... Ja, nein, einfach mal Episode. In der nächsten Episode wird irgendein Thema aufgegriffen, was schon seit einigen Jahren in Guild Wars 2 vorhanden ist. Ich habe keine Ahnung, was es sein könnte, ehrlich gesagt. Das ist Hochzeit vielleicht. Aber ja gut. Und das ist ein Thema, das seit vielen Jahren schon ein Guild Wars 2 Thema ist. Ja, nicht auch. Ja, gibt es eigentlich. Also da bin ich mir ziemlich sicher, da wird es wahrscheinlich unter, unter, um das, was da unter Wasser kreucht und fleucht gehen. Ja, ich würde auch sagen, das ist so eine Richtung, weil in den Neukarnengenstadt geht es halt sehr viel um den Schrecken in der Tiefe. Und so, warum ist er nicht der Schrecken in der Tiefe? Pferde, ja genau, Pferde ist es. Der Zufluch des Magiers kann es nicht sein, weil das ist halt tatsächlich eine Story, die halt in Guild Wars 1 schon angefangen hat. Ja, und die sind nicht Kanta unbedingt. Und die Identität von E? Ja gut, das ist Eora, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich suche gerade, wo das genau stand, wo er das gesagt hat. Ah ja, genau, hier war es, genau da. Genau. Der nächste Storyabschnitt ist in Kanta auf jeden Fall. Und es ist eine erweiterte, ja es ist eine Erweiterung vom Thema oder von Konzepten, die sie schon über ein paar Jahren eingeführt haben. Also was immer das sein könnte. Ich habe halt absolut keine Ahnung, was es ist. Ja, ja, ja. Da kann man jetzt natürlich, Wutenpotato könnte da spekulieren. Er kommt ja bald anscheinend wieder zurück, wie es aussieht. Ah, okay. Und er hat, und das Interessanteste ist eigentlich dieser Satz hier. Er kann natürlich nicht ins Detail gehen, aber es kann sein, also beziehungsweise es ist so, die Spieler werden etwas oder etwas oder jemandem begegnen und es könnte eine Art von Vorschau sein für die nächste Erweiterung. Ein bisschen Foreshadowing nennt sie. Ich weiß nicht, was jetzt auf Deutsch Foreshadowing schon wieder heißt. Ja, halt. Aber ihr wisst, ich nehme mal an, ihr wisst auf jeden Fall, weil die Leute sind definitiv englisch. Wie übersetzt man Foreshadowing? Halt so ein bisschen Antisern halt. Ja, so ein bisschen Antisern, Brotgruben bekommen, so in der Richtung, wo vielleicht die nächste Story. Ja, genau. Also wenn es jetzt wirklich darum geht, also ich könnte, entweder sind es, hat es irgendwas mit den Göttern zu tun, was ich mir nicht vorstelle? Tiefsee macht am meisten Sinn vielleicht in der Richtung? Also Götter, also wir haben viele Möglichkeiten, wo es halt weitergehen kann. Aber die passt halt nicht in Kanter jetzt gerade. Wir haben tatsächlich eine Götter-Story, die vielleicht möglich wäre, mit Lyssa tatsächlich. Wir haben Charaktere wie E, die wir nicht kennen. Wir haben Charaktere wie Livia, von der wir wissen, dass sie irgendwie unterwegs ist. Und die hat ja irgendwie auch noch sowas wie ein Zepter von Or. Aber das passt jetzt auch nicht so ganz mit Story, die in Gevers 2 angefangen wurde oder angeteasert worden ist. Du hast gerade schon das Unterwasserwesen angesprochen. Kann das Zepter Untote kontrollieren? Hm? Was kann das Zepter von Or noch machen? Untote kontrollieren? Ich glaube nicht mehr. Untote kontrollieren und das macht dich vor allem halt ziemlich, du lebst halt ziemlich lang. Ja, da würde ich mal sagen, wäre es doch ganz Sinn, wenn man jetzt den Reisopalash, glaube ich heißt das so, Reisopalash, in Kanter jetzt, von der Untotenplan befreien will. Dann könnte man ja eigentlich mal sagen, hey, wir könnten nochmal hier bei der glänzenden Klinge vorbeischauen. Wir bräuchten da mal jemanden, zwinker, zwinker. Und da könnte man es ja wieder in die Story reinbauen. Sogar aktuell. Ich meine, für die Erweiterung macht es keinen Sinn, aber so für das. Den weißen Mangel gibt es erstmal nicht mehr. Nein, die glänzende Klinge. Achso, die glänzende Klinge. Boah, keine Ahnung. Wie hieß die wieder? Kandira oder so in der Richtung hieß die doch. Und ich glaube, das könnte man sehr gut machen. Das würde sogar passen, weil es steht ja ein Besuch von Königin Jena mit der Kaiserin. Ja, es steht ja auch noch die Hochzeit an mit Kasimir und Marjorie. Würde eigentlich ziemlich gut passen hier. Da könnte man sowas durchaus reinmachen. Also ich bin tatsächlich gespannt auf die Hochzeit. An dies kommt sicher mit Königin Jena. Ich bin halt super gespannt auf die Hochzeit tatsächlich zwischen Kasimir und Marjorie. Weil wir wissen ja ein bisschen was über die Background-Story von Kasimir. Warum sie eigentlich nicht so krass adelig reich unterwegs ist. Wie man das irgendwie so vermuten würde in dem Wetterfels. Ich weiß nicht, das ist doch alles erledigt mittlerweile. Nein, ist es nicht. Ist es tatsächlich nicht. Weil wir kennen ihren Bruder gar nicht. Den haben wir noch nie kennengelernt. Wir wissen, dass er existiert. Aber wir haben ihn nicht kennengelernt. Vielleicht kommt der in der Hochzeit an vorher. Und ich sage dir, ja, ich sage dir, das ist entweder... Nein, ich bin mir sogar ziemlich sicher. Das wird der ungebetene Gast sein, der in der Hochzeit dann plötzlich auftauchen wird und Ärger machen wird. Ich sage es dir. Okay, ich lasse es einfach mal stehen. Natürlich, du kannst durchaus... Ich muss nochmal gucken, wie er heißt. So in Vorbereitung. Warte mal. Ähm, wie hieß der nochmal? Wir haben nämlich auch einmal tatsächlich seinen Namen gehabt. Kenny hieß der. Kenny. Also, Kyle. Ah, fast. Kyle hieß er. Das wäre cool. Ja. Deswegen war ich tatsächlich so da gehockt. Oh, Kenny könnte halt echt fast... Oh Gott, das war einmal so fast. Kyle Meada heißt er. Und der Vater ist ja verstorben von Kasmir. Und, ähm... Ja, der ist im Gefängnis gestorben, soweit ich weiß. Ja, genau, der ist im Gefängnis gestorben. Und ich meine, die Story war noch so, dass er ins Gefängnis geworfen ist, wegen dem Bruder von Kasmir. Ja, muss man mal schauen, ob das halt wirklich interessant ist. Was natürlich ein bisschen Dramapotenzial an der Stelle hat. Kasmir hat definitiv einen guten Stand, weil sie Botschafterin in Kanta jetzt war. Also, ich bitte, die ist... Und es gibt auch kein Kau-Dekus mehr und so weiter. Das heißt, es gibt da... Die Anliegen sind ruhig. Ja, sie hat ihren eigenen Stand wieder hergestellt. Und die Frage, die ich mir auch ein bisschen stelle, ist, wenn... Kasmir ist ja adelig. Ja. Und wird jetzt Marjorie durch die Heirat dann eigentlich auch adelig? Hat sich jemand mal diese Frage gestellt? Kann sein, aber ich frage mich immer, warum ist das wichtig? Weil vielleicht, ähm... Weil man dann sagt, ja, hier, als Hochzeitsgeschenk kriegt ihr das Anwesen von Kau-Dekus oder sowas. Keine Ahnung. Nee, da sind die Stimme Spiegel drin, da will keiner rein. Ich meine, Kau-Dekus-Blutlinie ist da... Ist jetzt versiegt, meine ich. Also, die Tochter von Kau-Dekus ist ja gestorben. Ich weiß nicht, wie es mit der Frau Kau-Dekus aussieht. Der Herr Kau-Dekus... Der hat wahrscheinlich noch mehr Kinder gehabt. So einer wie der hat sicher viele. Hat der auch ins Gras... Nee, der hatte nur eine Tochter. Der war weiß, der war der Chef vom weißen Mandel. Denkst du wirklich, der hat sich dann nicht als eine Hochinquestorin geholt? Ich meine, der hatte nur eine Tochter. Ich meine, der hatte nur eine Tochter. Das sind ja nur uneheliche Kinder. Das war ja... Das wird eh nie rauskommen. Die Frau hat er umgebracht. Ach stimmt, da war ja was, genau. Ach genau, ja, ja, ja. Ja, Kau-Dekus-Blutlinie ist halt eben ausgestorben. Und irgendjemand muss sich an uns das Dungeon kümmern. Irgendjemand muss ja da durchfegen und so weiter. Aber es ist halt die Frage, wie es halt im Guild Wars 2-Universum ist mit Adeligsein und so weiter. Ob man das durch eine Heirat weitergibt, den Adelstitel. Oder ob der halt wirklich nur vererbt werden kann durch Geburt, über Blut. Haben wir, glaube ich, bisher noch keine... Hat nicht Fahren sogar Kau-Dekus-Villa bekommen? Boah. Hat nicht irgendwas, wo das mal... Ist egal, ist mir egal. Ehrlich gesagt, ist mir das egal. Ich interesse mich nicht für Adelige. Das wäre ja eine mega riesige Diskothek plötzlich, das Ding, ey. Wenn das noch Fernsehen wird. Oh Gott, der Kanak würde die kaufen, würde der Disco draus machen. Ja, definitiv. Einwandfrei. Der Satz ist auf der Portokasse. Ja, ist richtig. Oh mein Gott. Ja, aber jetzt halt, sag ich mal, die Frage, wenn es für die Erweiterung ist und so in der Richtung, wenn es halt wirklich mit Tiefsee und so ein bisschen was zu tun und andere Sachen, dann könnten wir sicher in diese Richtung gehen. Und da könntest du natürlich aufs offene Meer gehen und da könnte es auch durchaus neue Inseln geben, die da wären. Also Möglichkeiten gäbe es da. Ich weiß halt nur nicht, wie interessant das halt einfach... Persönlich gesehen würde ich irgendwas mit den Nebelgarnern oder irgendwas mit den Göttern, die halt... Weil diese ganze Souven-Sachen und die Göttersachen, das hat so viele Fragen aufgeworfen jetzt. Aber vielleicht ist es ein bisschen zu früh schon wieder so... Andererseits, ich will, dass sie ein bisschen verrückt werden mit den Maps und mit dem Art-Design. Einfach, ich will nicht schon wieder einen Dschungel oder irgendwas in der Richtung haben. Obwohl, vielleicht mal so richtig geile Südsee-Tropen, den Karibik-Flair könnten so wahrscheinlich gut machen. Also sowas haben wir außer Alt-Löwenstein nicht unbedingt. Die Blutstromküste ist natürlich... Mein persönlicher Wunsch wäre halt, und ich glaube, das geht auch ein bisschen in deine Richtung, dass halt von der Story her mehr so weltliche Probleme angegangen werden, ne? Also nicht irgendwie, wir müssen jetzt à la Inception in den Nebel rein und dann noch tiefer in den Nebeln und noch tiefer, um dort ein Problem zu lösen. Ja, Nuxi sucht ja immer noch Blish, vielleicht hat der Kralgatorik ihnen in den Nebeln ausgeschieden. Oder, oder, oder... Deswegen war er nicht im Körper. Irgendwelche Götter oder irgendwelche leere Geschichten oder sowas, sondern irgendwas komplett Weltliches, was man auf den ersten Blick halt wirklich super banal rüberkommt und dann sich immer ein bisschen weiter aufbaut oder so. Ich fand halt, ich finde halt da an der Stelle halt die Story mit Scarlet halt als Beispiel einfach perfekt. Das waren halt wirklich super, super Low-Level-Themen gewesen. Es ist jemand ermordet worden, man hat den Mord aufgeklärt und dann hatte man da eine mysteriöse, den mysteriösen Namen Scarlet gehabt und hat sie dann das erste Mal getroffen und hat sich immer gefragt, ja, irgendwie, irgendwie schwingt da was Größeres mit. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Dass man nicht einfach sagt, okay, hier ist der fette Altdrache und den müssen wir jetzt bekämpfen. Und jetzt rennen wir den gefühlt fünf Jahre hinterher, bis wir den überhaupt mal kennen können. Na gut, das ist halt eine interessante Frage, wo es halt hingeht. Wie gesagt, Eta-Piraten mit ihren Nebelsachen und so weiter haben ja definitiv wieder das Tor und die Nebeln aufgemacht. Kralgatorik mit seinen ganzen Nebelsachen in Staffel 4. Also es gibt definitiv Potenzial. Also es ist auf jeden Fall im Gedächtnis der Leute drin, dass da was gibt. Also da könnte es schon definitiv gehen. Warum? Macht halt wenig Sinn aktuell. Das stimmt schon. So südseemäßig wäre vielleicht nicht schlecht. So ein bisschen Pirate of the Caribbean einfach. Such der Karibik, wie gilt was? Weil, als ich... Ja, endlich mal, das würde sich halt mit dem Skiffen auch perfekt anbieten. Ja. Mit dem Skiffen. Ich meine, das ist doch das, als ich jetzt meine Dailies gezeichnet habe, die eine Woche da noch mal ein bisschen so, so ein bisschen mit dem Geburtstag zu feiern, um mal die Entwicklung meiner Asura mitzumachen. Habe ich halt wieder ein paar alte Screens angeschaut und allgemein diese Atmosphäre halt wieder gespürt, die es damals gab im Classic. Und zwar Guild Wars 2 Classic ist im Prinzip... Also die erste Hilfe davon, bevor es gegen die Altdrachen geht, ist im Prinzip ein Piratenabenteuer. Also, Guild Wars 2 hat ein sehr starkes Piratenthema eigentlich gehabt, von Anfang an. Allein mit Löwenstein, die ganzen Sachen, auch die Mode, die Fashion, die man im Spiel selber hat. Auch die Romane. Auch die Romane war auch so geliebt. Ja, es geht ziemlich stark im Piratensetting mit allem drum und dran. Also die Revolver, wo du hast die Gewehre und so weiter. Es ist sehr, sehr, sehr stark an Piraten angelehnt. Und es ging mehr oder weniger halt dann auch verloren. Ja, dann kam halt... Jetzt soll in der Richtung mal wieder was zu machen mit richtig Karibik. Ja, wir hatten ja auch zwischendrin eben dann die Steampunk-Phase gehabt und so weiter. Ja, man trifft es eigentlich vollkommen richtig. Ja, vollkommen recht. Man kann da einiges machen. Ich meine, man kann da die Technik und Piratenthema binden. Also ohne Probleme. Man kann da Hydra endlich gehen übrigens, ne? Mir ist es eigentlich, eigentlich am Ende des Tages ist es mir furchtbar egal. Hauptsache, ich werde nicht noch mit mehr Jade-Tech belästigt, ehrlich gesagt. Es geht mir halt wirklich zwischendrin auf die Nerven, das Thema mit dem Jade. Ja, vor allem haben sie komplett versagt, finde ich. Also Asura-Technik ist so viel interessanter optisch gesehen. Und das Jade-Ding hätte so mehr sein können, aber Kanter ging es nur darum, Wasserdrachen umhauen und fertig. Das war es ja letzten Endes. Aber gut, da sind wir ja mal gespannt, wie es weitergeht. Was denkst du, ähm, wird das so eine, allein, wird das so eine Episode sein, so eine Single-Episode sein, wo halt vielleicht nur mit dem Palast jetzt geht in der Richtung. Und dann machen sie vielleicht nochmal eins, was weiß ich, über das Jade mehr an sich, in anderen Bereich. Oder welchem Echo-Wald nochmal so in der Richtung. Und sagen, okay, das ist halt jetzt die Kanta-Arc. Aber es ist nicht Staffel 6. Weißt du, was ich meine? Man meint, es gibt dann eine oder nicht? Das ist halt so eine Neben-Story, wie wir es halt mehr ja schon hatten, mit Banditen und so weiter. So meinst du das? Ja, ich bin ja ganz ... Schon von der Qualität her wie eine richtige Episode, ganz klar. Mit Storytelling und allem drum und dran. Und auch mit Katte. Aber halt, ich meine, nicht, dass es heißt halt Staffel 6 von Living World. Sondern einfach nur, okay, das ist halt jetzt die Kanta-Arc. Also nicht wie Eisboot sagt, aber halt kein Staffel 6. Weil von Staffel 6 erwarte ich auch so ein bisschen, dass es halt das Add-on vorbereitet. Ich weiß halt nicht. Kriegen wir eine? Also ich bin ganz ehrlich, mir ist das eigentlich scheißegal. Ja, ist okay. Aber ich bin ... Ich hab halt die Tage halt einen ganz anderen Gedanken gehabt. Und zwar ... Den hab ich vielleicht jetzt nicht mehr ganz so stark heute, aber in den letzten Tagen hatte ich den schon. Vermutung, dass es halt einfach kein Add-on mehr geben wird. Dass man jetzt sagt, okay, es wird ein Add-on kommen. Und es dann halt genau so gehen wird, wie es halt Bell-Giboss 1 der Fall war. Dass man halt eigentlich mehr so ganz einen Add-on entwickelt. Man kriegt irgendwie noch einen Add-on zusammen. Aber im Grunde hängen ganze Ressourcen schon an einem anderen Titel dran. Das ist so das Gefühl und die Vermutung, die ich ein bisschen hab. Ist halt nicht begründet. Ist vielleicht nur begründet in der Vergangenheit. Aber so leicht die Vorhinein. Weil es wird halt schwierig, wenn sie halt jetzt in Add-on arbeiten. Man muss nicht nur mal angucken, wie oft immer die ganzen Leute von ganzen Projekten und so weiter abgezogen werden, nur um das Add-on dann fertigzustellen. Ah, schwierig. Nee, ich weiß ja nicht. Die haben das Add-on ja ... Als das Ding rauskam, haben sie gesagt, sie arbeiten an einem neuen Add-on. Das heißt, mittlerweile sind sie streng genommen ein Viertel fertig mit dem neuen Add-on. Vielleicht kommen sie mittlerweile ... Ich nehm mal, wenn Staffel 1 fertig sind, sind sie mit der Hälfte mit dem Add-on durch, würde ich sagen. Macht Sinn. Weil wenn du davon ausgehst ... Also, es gibt wieder nur vier Karten, wie es jetzt in Canter war. Also, nur fürs Add-on jetzt an sich. Ähm, Canter ... Wie lange hat ... Wie hat EOD aber, glaube ich, eineinhalb Jahre Entwicklung? Da hab ich so ... Was? Nee. Länger. Halt auch länger. Ja, ich meine ... Nee, die hatten nicht so lange. Die hatten das Add-on angekündigt. Äh, 2020? Das, glaube ich, wohl, dass sie jetzt an Canter arbeiten. Ja, dann hast du immer noch zwei Jahre. Ja gut, aber ich gehe davon aus, für eine Karte brauchen Leute ja, so was in Living World, ungefähr sechs Monate. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da groß länger brauchen. Und wenn du davon ausgehst, und mittlerweile sind schon sechs Monate um, und vier Karten ... Ja, Moment. Ich rechne's halt so, ich rechne, ich rechne ... Ja, ich ... Das ist halt auch komplett dämlich von der Berechnung her. Weil, wenn du mal guckst, ein Add-on besteht halt nicht nur aus ... Das hat vier Karten, und fertig ist das Thema. Das ist ein Add-on in Guild Wars 2, besteht aus Karten, neuen Features, die entwickelt werden müssen. Ja, und? Die anderen, Skiffe, Beherrschung, was weiß ich. Ja, aber die, die Karten machen, arbeiten nicht an Elite-Spezialisierung. Das heißt, das Team, was normalerweise so eine Karte macht, die Menge an Leuten, die machen die Karte. Und die kriegen natürlich auch von den neuen Features dann mit. Aber Features selbst machen wiederum andere. Ja, das Problem ist, die Elite-Spezialisierung müssen ja auch noch in die Story eingepackt werden, was sie ja auch gemacht haben in End of Dranks. Die standen auf der Karte als NPC-Rung. Nee. Bis auf Anker war keiner, wie groß das war. Ja, Anker zum Beispiel. Ja, Gott, das war eine Person. Und die war auch nur dann in dem einen Bosskampf, wo du plötzlich das wusstest. Also, ich bitte dich, ja. Also, du hattest ja auch in Heart of Thorns, hattest du den Wiedergänger gehabt. Du hattest das auch in Path of Fire mit ... Ja, ich sehe jetzt Probleme, wo da ist. Und, ey, guck mal, und den Kling-Geschworenen hast ... Äh, nicht den Kling-Geschworenen. Doch, Kling-Geschworener. Den, den, äh, Detektiv ... Ähm ... Ja, aber ich versteh nicht den Problem an der Sache. Der ist ja auch Elite-Spezialisierung. Ritlock hat nix im Spiel gemacht in H.O.T., wo er wirklich seine Fähigkeiten ... Der hat seine Fähigkeiten eingesetzt, als der Trailer da war. Das sah total toll aus. Im Spiel selbst ist er vielleicht, hat er ein paar Fähigkeiten mit überhaupt gemacht und hat die ganze Rutzung ein flammendes Schwert benutzt. Da waren nicht sonderlich viele Wiedergänger-Sachen in den Story-Instanzen. Deswegen spielt's ja keine Rolle. Einfach zu sagen, ich hab x Maps und brauch jetzt dafür sechs Monate für eine Map. Genau, der Detektiv-Ramon, genau. Das ist, das ist halt eine Sache, das alles zusammenzukriegen. Und das ist alles zusammenpassend hinzukriegen. Nicht so einfach. Ich glaub nicht, dass sie nur zwei Jahre dran entwickelt haben. Sie haben nicht gesagt, okay, wir liessen jetzt dieses, dieser Bild und damit ist die Entwicklung schon erledigt. Genauso wie sie jetzt, als sie gesagt haben, ja, hier, das ist das nächste Add-on, wir arbeiten schon am nächsten Add-on. War das nicht der Zeitpunkt, wo sie daran angefangen haben zu entwickeln? Weil du musst ja, die haben im Grunde vorher, bin ich überzeugt davon, schon lange vorher gesagt, wie die Story weitergeht. Sprich, die Entwicklung an dem Add-on ist schon viel, viel früher. Nee, die Entwicklung vom Add-on wurde gemacht, als sie dann entschlossen haben, Eisbootsaga zu kaschen. Das war der Moment, wo das Studio dann das Add-on gemacht hat. Ja, ja. Doch, das ist so. Genau das ist der Moment, wo es war. Du musst dir mal bedenken, Path of Fire hatten sie auch in relativ kurzer Zeit eigentlich aus dem Boden gestampft und es hatte mehr Karten, bessere Features, weil das Mount-System war ein komplett neues Feature. Mit anderen Tipps, die Elite-Spezialisierungen waren im Prinzip besser. Da war viel mehr Production Value eigentlich drin. Ich mein, wie viele Karten hatten wir in Path of Fire bekommen? Fünfe? Sechse? Ich vergesse immer, wie viele das war. Warte mal. Eins, zwei, drei, fünf haben wir, glaube ich, bekommen. Fünf Karten, plus die Gilde haben, genau. Und, ähm, ich, das ist, End of Dragons wurde in relativ kurzer Zeit gemacht. Und das merkt man. Ja, ich sag ja nicht, dass es ... Es hat mehr dieses How-Tiff-Feeling besser. Ich sag nicht, dass es ein gutes Ätherin ist, aber ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass es innerhalb nur von zwei Jahren entwickelt ist. Nein, was ich damit auf jeden Fall meine, dass sie da schon relativ weit drin sind eigentlich jetzt. Weil jetzt muss alles schon feststellen, was wichtig ist. Das heißt, sie müssen ja nicht unbedingt jetzt eine Staffel 6 machen mit, was weiß ich, fünf, sechs Episoden, so in der Richtung. Sondern können halt sagen, okay, statt jetzt eine Staffel zu haben, wo jede Episode aufeinander aufbaut, könnten wir ja verschiedene Sachen jetzt in Kanada durchgehen. Und so einfach Episoden machen, die in sich abgeschlossen sind. Das meinte ich halt mehr damit. So was in der Richtung. Du kannst es ja trotzdem Staffel nennen. Weißt du, es war eigentlich so ein bisschen wie Staffel 3 halt so in der Richtung. Ja, du kannst es ja trotzdem Staffel nennen. Also daran scheitert es jetzt meiner Meinung nach nicht, ob das einzelne Episoden sind, die jetzt alleinstehend sind oder jetzt einfach sagst, es ist eine Staffel. Es ist auch viel besser zu verkaufen dann am Ende. Ja klar, natürlich, aber es ging, ja ... Wenn ich, wenn ich Staffel höre, denke ich halt von vornherein, was hatten wir, dann denke ich grundsätzlich immer an Staffel 4 zurück. Die hohe Qualität. Ja, dann denk mal ... Nicht an Eiswurzsager. Staffel 2. Da könntest du auch gleich sagen, denk an Staffel 1 zurück. Dann denk einfach an Staffel 2 zurück. Oh Mann. Ja, und Staffel 2 ist halt wirklich furchtbarer als die Eiswurzsager. Das ist Apfel und Birnen. Das ist ein Produkt, was ... Doch, das ist ... Nein, sowas ist kindisch. Sowas ist eine kindische Argumentation. Du zahlst für beides gleich viele. Ja, das ist nicht gut. Darüber haben wir schon geredet, aber es geht ums Prinzip. Also du kannst nicht einfach das, wo sie jetzt wissen, wie sie es machen wollen, wo sie ihre ... wo sie jetzt komplette Qualität geändert haben. Aber man kann sich nicht mit etwas vergleichen, wo sie erst ihren Weg gefunden haben. Also das ist wie Apfel und Birnen vergleichen. So, ja, Staffel 1 war ja auch nur mischt. Ja, Moment, du hast vorhin noch bei Staffel 1 gesagt, da haben sie den Weg gefunden. Ja, die Staffel 1, die wir jetzt haben, ist nicht so, wie wir die Staffel 1 damals erlebt haben. Und sie folgt mehr dem Prinzip von den anderen Staffeln. Im Grunde ist es mir egal, weil es macht halt ... Also im Grunde macht es ja keinen Unterschied, ob das jetzt einzelne stehende Episoden sind oder ob das Episoden von einer Staffel sind. Alles andere spielt eigentlich keine Rolle. Weil ... Also es spielt halt keine Rolle. Was macht es am Ende des Tages für einen Unterschied? Wir haben ... Es macht halt den Unterschied, wenn du ... Das ist die gleiche Diskussion, die damals war. Als es hieß, okay, warum heißt das Eisbrot-Saga? Was ist da drin? Wenn du jetzt an Saga denkst, dann denkst du an die Eisbrot-Saga und denkst, Gott, wie scheiße war das. Dann denkst du sofort an die Drachenhilfsmission und an den Drachensturm. Ich saß damals schon da und hab gesagt, ich nenn das Ding Staffel eigentlich. Ja, aber sie wollten ja nicht, dass es so heißt. Die haben drauf gestanden, dass es Saga heißt. Richtig, mit Expansion, also mit Erweiterungs- Features und so weiter. Und wenn ich Erweiterung höre, dann hab ich sofort jetzt in meinem Kopf Elite-Spezialisierung. Irgendein Spielsystem, das sich in das Spiel einfügt, was das Spiel radioaktiv auch besser macht. Und Skiffy kannst du trotzdem alten Content benutzen und Angeln ist trotzdem was, was du machen kannst. So ist es in der Richtung. Ja, The Bot ist mehr oder weniger nutzlos eigentlich, streng genommen. Nicht wirklich viel Schildkröte ist auch nicht was, was jetzt sonderlich viel zum Spiel bringt. Aber du verstehst, was ich meine. So wie Sklyden zum Beispiel. Das heißt, so ein Feature erwarte ich natürlich. Von der Staffel oder von der lebendigen, in der Welt erwarte ich nicht solche Features. Da erwarte ich Gimmicks und so in der Richtung. Früher war es noch in Staffel 4, aber das ist halt schon ein bisschen ... Also Staffel 4 ist halt der absolute Überflieger. Ja, das ist halt schon ein bisschen krass. Also Staffel 4 hat halt schon krass abgeliefert. Staffel 3 ist da halt etwas auf dem Boden gebliebener. Ja, ein bisschen wissen wir mit dem Zeug. Das war so, was haben wir Bock, das machen wir. Bisschen mehr gebast. Ja, wie gesagt, mir ist das eigentlich ... Und du verstehst, was ich meine, nach was ich hinaus will, oder? Ja, aber ich bin die Diskussion da, ehrlich gesagt, dem ... Okay. Ich fand's nur interessant, das ist ja noch nie. Also ich bin eher so der Typ, der sagt, boah, ich weiß nicht, ob's in Eddo noch rauskommen wird. Das ist so, das ist ... Es ist viel negativer, habe ich gesagt. Ja, das ist halt negativ. Aber vielleicht muss man sich halt auch mal drüber Gedanken machen. Und wenn's am Ende des Tages nicht passiert, dann ist das ja auch gut. Ist halt die Frage, ob's wirklich notwendig ist mit Guild Wars 3. Aber das wäre wirklich mal so, meiner Meinung nach, nochmal so ein extra Podcast-Wert mit Diskussion mit meiner Leute. Weil Guild Wars hat immer mehr neue Spieler, es funktioniert. Es ist im Aufwind aktuell. Du hast im Prinzip dein Hauptgerüst, das ist da. Also ich mein, WoW macht ja auch immer noch alle zwei Jahre ein Add-on. Die stört's auch nicht, dass sie zweimal auf die Schnauze gefallen sind, jetzt, weil sie genau wissen, es verkauft sich eh wieder. Also es funktioniert. Schwer zu sagen. Weil so komplett neues Spiel wieder rauszuhauen ist. Heute auf dem Markt ziemlich schwierig. Aber hey, muss man schauen. Gut, ich weiß, du möchtest, dass wir jetzt zum Itemwatcher kommen, deswegen machen wir den jetzt. Weil du möchtest, ja. Der Itemshop-Watch ist aber auch toll. Naja. Ja, es gibt etwas zu kaufen. Ja, was gibt es denn Neues zu kaufen? Es gibt den Wasserdrachen-Wappenhelm. Passend zu, was hatten wir bisher schon aus dem Set? Ist ja ein Set, was ich da wieder habe. Die Drachenrüstung. Hatten wir schon eine komplette Drachen? Stimmt, wir hatten eine komplette Drachenrüstung schon gehabt. Bis auf den Helm, der hat noch gefehlt. Okay, da war ich mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, ja, was kostet das Ding nochmal? 500 Edelsteine. 500 Edelsteine. Und hier sieht man ja auch das komplette Drachenset zum Beispiel mit den Schullerlernbrustern. Und jetzt ist halt noch der passende Helm dazu. Jetzt kann man halt wirklich sagen, man ist der Jumping von Suwon. Ja, mir gefällt der Helm ehrlich gesagt nicht. Also worauf es besteht in der Helm? Finde ich eigentlich okay. Der Helm besteht aus zwei Flossen, die, wo man sagen könnte, die werden zu den Ohren am Kopf. Das Ding besteht aus zwei Hörnern und mega lang gewachsenen Augenbrauen. Auf das kann man es eigentlich runter reduzieren, die ganze Geschichte eigentlich. Auf genau das. Oder weißt du dich? Naja, ich habe ihn nur kurz... Oder das Ganze halt in Unterwasserdrachenart gehalten, der ganze Helm. Ich weiß nicht, irgendwie, also mir persönlich passt das, der Helm halt nicht so ganz zu dem Rest. Ja, oder gibt es sogar in zwei Fassungen. Einmal nur hier mit den, das finde ich gar nicht. Mit der Maske und einmal ohne Maske. Ohne, ja, cool. Ja, ich finde den aber halt ohne Maske überhaupt nicht passend. Ich finde es schön, aber ich würde es mal trotzdem nicht kaufen, aber es ist okay. Also ich meine... Wenn du eine Meerjungfrau spielen möchtest, ist das Sieger nicht verkehrt. Meerjungfrauen rennt hier. Ich so was, als würde ich eine Meerjungfrau spielen will. Weiß nicht, was dein Durzern so alles ist. Gut, wenn ich eine Meerjungfrau spielen will, dann möchte ich aber auch schöne Flossen an dem Fuß haben und keine Schuhe. Ja, streng genommen, die Asura-Füße sind ja schon so ein bisschen Enten mäßig. Also so richtige Taucherflossen. So richtig lange Taucher, so Meerjungfrau-Mann mäßig, genau. Wir haben High Heels bekommen im Spiel, die furchtbar aussehen bei Asura und Maja. Ich würde es nicht ausschließen, dass irgendwann wirklich so Flossen geben würde als Schuhe. Ich würde es nicht ausschließen. Oh Mann. Ach ja, mir gefällt das Ding halt persönlich nicht so. Aber wenn halt Leute die Rüstung kompletieren wollen noch, dann könnt ihr dafür jetzt 500 Edelsteine kaufen. Ich überlege tatsächlich noch, ob ich mir Einzelteile aus der Rüstung, wenn da mal wieder welche im Angebot sind. Ich glaube, da müssten sogar gerade welche gerade verfügbar sein. Ob ich mir da mal Einzelstücke raushol, wie Schultern oder so, weil mir die eigentlich ganz gut, die Einzelteile gefällt. Und ich vermute auch stark, dass er halt wirklich keine, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, dass er keine Kleidungssätze mehr jetzt veröffentlichen werden, sondern wirklich nur noch Einzelteile, einzelne Rüstungsteile veröffentlichen. Ja, schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Was gibt es sonst noch? Was ist jetzt zu begrüßen? Ähm, äh, weiß ich nicht, habe ich gesagt. Das ist gar nicht auswendig. Ja, okay, mach du. Ich kann es auch machen, wenn du möchtest. Ja, ist okay, es gibt ein Exo-Anzug-Reittier-Paket, gibt es noch 20% Rabatt, nur noch 1600 Edelsteine. Das sind die, die ganzen Reittiere, die diesen Asura-Holo-Technik-Skin haben. Ich glaube, ähm, da war jetzt aber nicht der Rollkäfer zum Beispiel drin. Nein, das ist das alte Paket, da gibt es noch. Und der Greif war, glaube ich, aber drin. Also, es ist halt nicht von jedem. Nee, also, was man hier sehen kann, ist, dass wir den Springer haben, den Raptor haben, den Schwebelrochen, den Schakal und, äh. Den Greif. Ist das der Greif? Ist das der Greif? Ist das der Greif? Ist das noch, ist das noch, ist das noch Emo-Sputti? I don't care, was das für ein Zeitalter ist. Das ist noch Emo-Sputti, weißt du, ist doch schön. Okay, ist ein Sputti. Ja, genau. Also, warum nicht, Winter? Ist so ein gutes Paket optisch, wenn man auf Sci-Fi steht. Schlecht ist, ne? Man kriegt halt nicht alle Reitier. Die Exo-Dinger sind definitiv nicht schlecht. Also, ich benutze halt selber den Exo-Rollkäfer, da ist jetzt zwar nicht ein Paket drin, in dem Fall, aber... Aber den kann man sich ja in dieser Auswahl-Lizenz aussuchen, die man jetzt zum Geburtstag gekommen hat. Wenn man noch nicht was eingesetzt hat. Ja, das ist richtig. Ansonsten, ein bisschen Rückkehrer mit 20 Prozent, so wiederaufladbarer Teleport. Freund. Oh, gibt's den noch? Das ist vielleicht eine Überlegung, wer denn zukommt. Den Teleport hier noch. Aber ich nutze sowieso nicht. Ich hab so viele von den Dingern, brauche ich ehrlich gesagt nicht. Ja, guck mal. Nutze ich viel zu selten. Account Schnellstart, Account Schub, Schwarzlöwen-Aufwertungsticket auf Stufe 80 und noch andere Sachen, die man sich anschauen kann. Hier, Skit-Geraten haben. Also persönlich kann ich die Abaddon-Maske tatsächlich empfehlen, die wiederverfügbar ist. Die gefällt mir mega gut. Oder die Piratenhaken. Ja, der Piratenhaken. Ja, tatsächlich. Das ist auch so. Man könnte grad meinen, den hast du... Den hab ich tatsächlich, ja. Ich lass dir doch mal die Hand nachwachsen. Ich besitze aber auch tatsächlich die Abaddon-Maske. Die finde ich auch wirklich sehr, sehr cool. Jetzt lass doch deinem Dürzer mal die Hand nachwachsen. Nee. Du bist ein Asura, dann kannst du auf wenigstens dir ein Hologramm-Hand machen oder so. Nein. Jetzt, du bist Holoschmied. Ja. Und du hast Hartlicht-Waffen. Du wirst doch von Hartlicht eine Hand machen können. Aber dann müsstest du ja dauerhaft meine Schmiede aktiv haben. Die sind einfach die Chaos-Handschuhe an. Das passt doch genauso. Dann hast du... Ich hacke meinen Charakteren die Hände ab, wie ich das will, ja. Und die wachsen dann auch nah, wie ich das will. Ja, und damit sind wir am Ende vom Guild News Podcast... Oh mein Gott. Hilfe, Hilfe. Okay. Ja, haben wir doch wieder ein bisschen mehr als zwei Stunden geschafft, ne. Aus eineinhalb Stunden wurde eine halbe Stunde länger. Ja, und ich hab dir halt prophezeit, das Ding wird halt länger und so weiter. Es hat sich aber auch nur ergeben durch unsere Diskussion und ein paar schöne Dinge. Ja. Ja, das war mir klar. Wir hätten auch noch länger über die Bilder reden können. Soll ich sie wieder hochruhen? Warte mal, wo ist denn die? Während wir die Bilder hier noch weiter durchgehen, könnt ihr währenddessen mal auf gegnist.de gucken und dann dort die Guides angucken. Vielleicht zu den Guides einfach zu der neuen Episode. Ich weiß nicht, ob da was kommt. Mal gucken. Ansonsten könnt ihr uns gerne auf Twitter folgen, auf Facebook, auf YouTube vorbeischauen, uns dort abonnieren, einen Kommentar unter dem Podcast-Video lassen. So wie es viele andere Leute gemacht haben und wirklich coole Sachen hinterlassen haben. Und dann vielleicht mal eure Meinung dazu kundtun, was ihr so meint, so Monetarisierung, wenn es ein Guild Wars 3 gäbe. Was wäre so eine Geschichte, die ihr euch mal vorstellen könntet? Vielleicht mal wirklich eine innovative Idee und nicht irgendwas, was dann irgendwie bestehen würde. Würde ich mir persönlich wünschen, wenn ihr da coole Ideen hättet. Ansonsten dürft ihr auch gerne am Donnerstag dann, ich hatte es ja heute schon mal gesagt, jeden Donnerstag um 19 Uhr vorbeischauen auf twitch.tv slash Guild News, wo wir diesen Podcast live durchführen. Oder sonntags um 8 Uhr auf dem Kanal, um Deutschlands Morning Show anzuschauen. Nee, 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 nee. Ist man nicht? Nein, doch, klar. Natürlich müsst ihr vorbeischauen, das ist Content hier, der ist gut. Ich fühle mich aber ehrlich gesagt dreckig jedes Mal, wenn man da für Werbung macht. Ja, gerade deswegen. Würde ich ja nicht wohlfühlen. Nein, schaut's euch an, das ist echt schön. Sonntagmorgen zum Kaffee und zum Frühstück. Ja gut, wenn Sky sagt, dann vielleicht stimmt. Ich würde dich immer muten und mache dann andere Sachen, aber ich gebe dir wenigstens den View. Also, ja, dann, danke, danke, dass ich vorbeikommen durfte. Danke für die Kamera, du erzählst, war mir immer eine Ehre. Bitte. Ich meine, ich bin hier nur mit deiner Poki, es ist ja auch schon. Ja, dann danke an alle, die mitgemacht haben, danke, dass du aktiv im Chat wart. Schreibt uns einfach, was ihr über Guild Wars 3 Dinge hast, was du jetzt dann gesagt hast. Oder allgemein, wie ihr es zum Beispiel mit der Geldausgabe im Monat seht. Legt ihr Geld Wars 2 zurück? Ist das ein Hobby, was euch wert ist? Oder gibt es nicht aus, je nachdem. Wenn ihr darüber reden wollt, schreibt uns Kommentare. Und ja, wir haben dann etwas zum Diskutieren nächste Woche. Das hätten wir wahrscheinlich nächste Woche nicht genügend Themen, aber ist okay. Ja, da reden wir noch über die Episode, das passt. Kriegen wir hin. Und daher, habt einen schönen Abend oder einen schönen Tag und dann sehen wir uns nächste Woche. Macht's gut. Servus und Baba.